Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Mein Name ist Christopher Lauer und mein Name ist Ulrich Wehner. Ja, wie ihr hören könnt, haben wir uns seit der letzten Folge nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, ob man diesen Einstieg anders machen sollte. Wir haben auf die Frage, ob wir einen Jingle brauchen, eher nicht abfälliges, aber auch nicht abwegiges. Welches Wort suche ich irgendwas mit ablehnendes Feedback bekommen? Die Hörerinnen und Hörer dieses schönen Podcastes sind der Meinung, dass wir keinen Jingle brauchen. Wir haben Ostersamstag, heißt das so? Ostersamstag, ne? Ja, K-Samstag. Das wäre natürlich die spannende Frage gewesen, ob man am K-Freitag überhaupt podcasten darf. Ja, aber nicht zu Unterhaltungszwecken. Nicht zu Unterhaltungszwängen. Das ist gut, weil dieser Podcast hier ist ja auch nicht lustig. Es ist ernst, bitterer Ernst. Wir podcasten über die Themen der Woche, versuchen sie einzuordnen, versuchen dabei zu helfen, sie zu bewältigen. Und dieser Podcast hat Kapitelmarken. Warum sage ich das? Weil wir über Twitter das Feedback bekommen haben, dass, ob wir diese Erklärung von Ulrich, also das, was du immer machst, was dieser Podcast macht, ob man das nicht weglassen könnte. Aber wir wollen ja neuen Hörerinnen und Hörern auch die Möglichkeit geben, sofort einzusteigen und zu verstehen, worum es uns hier geht. Und eben nicht so zu tun, als wäre uns das egal, wer uns hört. Nein, wir wollen den Leuten einen Einstieg ermöglichen. Und die Leute, die also das schon kennen, was Ulrich gleich sagen wird, die können dann einfach vorspulen. Aber, zu früh gefreut, ich baue den Teil, wo ich darauf hinweise, dass man diesen Podcast auch finanziell unterstützen kann, auf eine Art und Weise rein, dass ihr ihn trotzdem hören werdet. Ulrich, was machen wir in diesem schönen Podcast eigentlich? Ja, gut, dass du fragst, denn viele Leute fragen das und eigentlich möchte jeder das zu Beginn eines jeden Podcasts auch noch einmal hören. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir uns das jeweils vor Augen führen, auch so als allgemeiner Teil, wie der Jurist sagt, vorab, dass wir die Methode klären, mit der wir versuchen, das ist das Ziel nämlich dieses Podcasts, die Welt, die Geschehnisse im politisch-gesellschaftlichen Bereich, die sich im Laufe einer Woche ereignen, einzuordnen, zu bearbeiten und zu verarbeiten. Das Bearbeiten ist so der intellektuelle Prozess, das Verarbeiten der psychotherapeutische Prozess. Wir möchten dem Wahnsinn, der sich im Laufe einer Woche ereignet, noch einmal dadurch begegnen, dass wir ihn aufarbeiten, dass wir die Aufregung, die sich beispielsweise um ein Thema wie Notre Dame entwickelt, entsteht, die Aufregung, die da entsteht, dass wir die uns auch noch einmal dann mit etwas Abstand anschauen. Und bei Themen, die etwas mehr hergeben, Notre Dame gibt unserer Auffassung nach, wenn ich schon mal vorwegnehme, nicht so wahnsinnig viel her, aber bei Themen, die etwas mehr hergeben, lohnt es sich dann auch, die Trennung vorzunehmen zwischen der Tatsache und der Bewertung, der Tatsache und der Meinung. Ganz wichtige Unterscheidung. Ich glaube, gerade Twitter zeichnet sich dadurch aus, dass man relativ schnell auf die Meinung und den schrillen Schrei statt auf die Tatsachen schaut. Und da möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass das noch einmal überarbeitet wird. Ja, genau. Es geht tatsächlich um Alltagsbewältigung, dass man am Ende des Tages einfach eine Handreichung vielleicht bekommt von uns, um nochmal auf Ereignisse der Woche politisch, gesellschaftlich nochmal ein bisschen anders drauf zu gucken und sich eben nicht aufzuregen. Früher hieß das mal faktenbasiertes Aufregen, aber wir haben festgestellt, wir regen uns gar nicht mehr so viel auf, sondern wir versuchen es einfach wirklich zu verarbeiten, zu bearbeiten. Bei uns hat es schon so ein bisschen gewirkt. Das hat auch ein bisschen was von Gruppentherapie. Und vielleicht, wir sind ja der Aufruf, dass wir immer noch auf der Suche nach einer tiefenpsychologisch fundiert arbeitenden Psychotherapeutin sind, die uns hier Dinge wie, warum lügt Frank Magnitz? In einer eidesstattlichen Versicherung. Menschen aus, wenn ein Dom brennt in Paris, als wäre es eine Überschwemmung in Mosambik oder sowas. Ja, eben nicht, ne? Und flippen da und so weiter. Also das würde, fände ich sehr gut, wenn wir da Psycho, ja tiefenpsychologischen am besten Input bekämen. Ja, so, das machen wir, das wollen wir und so machen wir es heute auch. So machen wir es heute auch. Auch heute, kann ich sagen. Auch abermals. Ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr den gerne hört, wenn ihr zu den regelmäßigen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts gehört, dann würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr den auch finanziell unterstützt. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal PayPal, das ist verlinkt im Blogbeitrag zu diesem Podcast. Die PayPal-Adresse, unter der ihr Geld überweisen könnt mit PayPal. Und wenn ihr sagt, okay, PayPal, schön und gut, sehr bequem, kann man einfach zwei, dreimal klicken. Wenn ihr euch ein bisschen mehr Arbeit machen wollt, könnt ihr auch gerne die Kontonummer, die im Blogbeitrag verlinkt ist, benutzen, um einen Dauerauftrag einzurichten. Und gebt einfach so viel Geld aus, wie ihr gerne ausgeben möchtet. Mittlerweile sind das schon erfreulich. Viele wäre jetzt übertrieben, aber es gibt einen harten Kern aus Leuten, die also so zwei bis drei Euro im Monat überweisen. Da sind wir sehr dankbar. Es gibt aber auch reiche Gönner aus der Schweiz. Ich hatte das ja bei diesen AfD-Spendenaffären schon gesagt. Die überweisen dann quartalsweise das Geld, weil sie sagen, die Bankgebühren für die Überweisung, die sind mir zu hoch. Vielen Dank dafür, also alle Leute, die das schon unterstützen. Und wenn ihr zu dem erlesenen und illustren Kreis gehören wollt, die diesen Podcast weiter unterstützen oder noch mehr unterstützen, dann nur zu. Weil je mehr wir da bekommen, desto mehr wird das hier ausgebaut, bis zu dem Punkt, wo wir irgendwann unsere Brotjobs an den Nagel hängen und uns voll und ganz auf das Podcast konzentrieren. Und auch dann ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, wie man so floskelhaft sagt, erreicht, sondern dann geht es immer weiter. Es geht immer weiter. Bis wir vielleicht 24 Stunden senden. Bis wir 24 Stunden senden. Und Rupert Murdoch heißen und Fox News besitzen. Nein, aber das wäre ja mal schön. Ein Fox News für vernünftige Menschen. Alles ist möglich mit eurer Unterstützung. Und deswegen, wie gesagt, wir freuen uns immer sehr über finanzielle Unterstützung da an der Stelle. Im Moment reicht es leider nur für das Essen nach dem Podcast. Aber ist ja auch immerhin etwas. So, wir haben heute ganz, ganz viele schöne Themen, zum Beispiel Notre Dame. Lass uns doch einfach mit Notre Dame anfangen, würde ich vorschlagen, oder? Ja, vielleicht kurz für die Nachwelt damit, wenn man das in 20 Jahren hört, man weiß, was los war. Es ist sehr schnell erzählt. Eigentlich in einem Satz, der Dom, beziehungsweise die Kathedrale Notre Dame in Paris hat gebrannt. Punkt. Punkt. Das ist der Sachverhalt. Es sah sehr beeindruckend aus. Und zwar hat es richtig gebrannt. Und ja, darauf hat sich... Es war wohl ein Baugerüst, ne? Ja, soweit bislang bekannt, im Rahmen von Baugerhaltungsmaßnahmen am Hauptschiff. Jeder ist ja in der vergangenen Woche zum Kirchenexperten geworden. Ja, auch Architektur des 13. Jahrhunderts. Ja, auch viele Spezialisten, von denen man es gar nicht wusste. Ja. Und das hat gebrannt, hat ziemlich krass gebrannt und hat so gebrannt, dass da so ein kleines Türmchen, sehr spektakulär, also wenn es ein Mensch gewesen wäre, würde man sagen, ziemlich melodramatisch eingestürzt ist. Ja. Bei dem Turm kann man sicher keinen Vorwurf machen. Der Brand hat das Dach zerstört und das hat richtig, hat richtig massiv gebrannt und... Massivst, müsste man sagen. Ja. Elativ. Elativ, ja. Meine teuerste. Und ja, darum hat sich dann so eine solidarische Welle oder eine Welle... Ja, erst gab es die Welle der Entrüstung. Der Entrüstung? Der Betroffenheit. Oder der Pseudo-Betroffene. Jedenfalls die betroffenheitsanmutende Äußerungen verschafften sich Raum, breiteten sich aus. Auch Leute, die außer Le Tatar eigentlich kein Französisch sprachen, setzten Botschaften wie Je suis Notre Dame ab und Ähnliches. Wir waren auf einmal alle Franzosen. Wir waren alle Franzosen, Herr Macron. Gut, das ist vielleicht noch was anderes, wie man das in Frankreich sieht, da möchte ich eigentlich gar nicht so drauf abheben. Jedenfalls relativ zügig und das hatten sich also Spenden zu sagen für den Wiederaufbau der Kirche. Vielleicht Frankreich nochmal ein laizistischer Staat. extrem ultra strikte Trennung zwischen Staat und Kirche, aber sehr schnell... Die katholische Kirche in Frankreich ist nicht so reich wie die zum Beispiel deutsche oder italienische. Die Deutschen, die so einen Domaufbau, das aus der Entschädigungskasse für Missbrauchsfälle zahlen, die das ja locker. Jedenfalls relativ zügig Spenden zu sagen, auch von französischen Großindustriellen, Spenden zu sagen mit einem Volumen von 700 Millionen Euro. Das war schon ein, zwei Tage danach. 1,4 Milliarden D-Mark. Ja, Ostmark kann man gar nicht sagen. Für die Mark-Ost, eine solche Zahl wurde noch nicht erfunden, um das in Mark-Ost zu sagen. Ja, das war in Notre-Dame. Ich fand also sehr interessant, was sich da während diese Kathedrale brannte, auf Twitter abspielte, weil, ja, du hattest das schon gesagt, ne, auf einmal sind alles Experten für gotische Baukunst, mittelalterliche Architektur. Was ich wirklich befremdlich fand, die Nicole Diekmann vom ZDF hat das ja auch ganz gut auf einen Punkt gebracht, also alle twittern noch mal irgendwas, am besten mit dem Hashtag Notre-Dame, um das auch noch mal mitzunehmen, ne. Also, als ob das irgendjemanden interessieren würde, wann man mal im Jahre, weiß ich nicht, 2005. Mit dem Leistungskurs. Mit dem Leistungskurs französisch in der Kirche war, und das war für mich so ein prägendes Erlebnis. Und alle auch irgendwie so sofort des Herz Europas. Ich meine, klar, es ist gerade Europa-Mahlkampf, da hat alles einen europäischen Bezug. Es wurde aber relativ schnell auch dann von so Neurechten hochgejazzt, so das Herz Europas brennt, so symbolisch. Das sei ja geradezu klar, was das jetzt bedeuten würde und so. Ja, dann gab es ganz widerliche Rechte, Harnis, die direkt so News in die Welt gesetzt haben, so von wegen, das sei ja. Der Muselmann war es. Genau, das wäre irgendwie ein Anschlag gewesen oder so. Dann wären wir wieder bei der Frage mit der Volksverhetzung, die wir hier versucht haben, in einer der vergangenen Folgen zu klären. Und was ich also wirklich, ich meine, was ich verstehen kann, ist, da twittern viele Leute ähnliche Dinge. Aber was ich wirklich irgendwann nicht mehr verstanden habe, warum jeder Mensch, gefühlt auf Twitter, twitterte so ein Foto von einem dieser wohl sehr spektakulären Bleifenster, diese Rosettenfenster dieser Kirche. Ich glaube, die hat so zwei riesengroße von diesen runden Fenstern, ja. Und alle twitterten, obwohl noch niemand wusste, was da jetzt genau Phase ist in dieser Kirche. Ja, die sind jetzt weg. Die sind aus dem 13. Jahrhundert. Die sind unbezahlbar. Und die sind jetzt weg. Die sind kaputt. Die sind zerstört. So, irgendwann war die Kirche gelöscht, Kirche, da kommt mal eine CH, echt CH-Schwäche raus. Ich bin ja Rheinländer. Irgendwann war die Kirsche gelöscht, was auch ziemlich beeindruckend war, wie diese französischen Feuerwehrleute das gemacht haben. Insbesondere wurde, glaube ich, nur einer oder zwei wurden irgendwie verletzt. Also es gab keine Toten, kein gar nichts, was wirklich sehr beeindruckend ist. Da hat er vorgeschlagen, um Löschflugzeug drüber zu fliegen. Müssen wir nicht. Aber gut, das ist dann wieder natürlich so ein ganz absurder... Ja, das war auch einer von den vielen Idioten, die sich auf Twitter dazu gehoffert hat. Ja, aber ich meine, Donald Trump macht das natürlich mit System, weil alle Leute natürlich dann auch wieder drüber berichten. Das ist natürlich total geschickt, was er da macht. Weil alle Leute wieder darüber berichten. Und er schlägt natürlich einen totalen Scheiß vor. Wahrscheinlich, weil er auch ihm irgendjemand gesagt hat, dass das totaler Scheiß ist. Damit alle Leute nochmal sagen, dass es totaler Scheiß ist. Also sehr, sehr clever. Ja, er hat gesagt, Löschflugzeuge. Und dann hat zum Beispiel jemand vom Technischen Hilfswerk auf NTV relativ trocken erklärt, dass das so ungefähr das Schlimmste ist, was man machen könnte. Weil diese Wassermassen dann natürlich die ganze Kirche und alles, was da drin ist, komplett beschädigen würden. Ja. Man kann sich auch vorstellen, dass da der ein oder andere professionelle Feuerwehrmann drauf gekommen wäre, wenn das das Mittel der Wahl wäre. Ja, vor allen Dingen bin ich mir fast sicher, dass die französische Feuerwehr in irgendeiner Schublade irgendeinen Plan drin liegen hat, so löschen wir Notre Dame. Weil das sah alles sehr professionell aus, wie die das gemacht haben. So, und was, also das fand ich total komisch mit diesem Rosettenfenster. Ja, alle wurden irgendwie Bleiglas-Experten aus dem 13. Jahrhundert. Und was ich also wirklich irritierend fand, die, Ulrich Deppendorf hatte getwittert, warum gibt es jetzt keinen Brennpunkt in der ARD? Brennpunkt. Da bin ich so ein bisschen gespalten, weil wenn man wegen Michael Ballacks Knie einen Brennpunkt macht, dann kann man eigentlich auch, wenn diese Kathedrale da brennt, einen Brennpunkt machen. Allerdings gab es ja nichts zu erzählen, außer, ja, diese Kathedrale brennt und die brennt so lange, bis sie gelöscht ist. Und weil es so brennt und weil für jeden, der da näher rangeht, totale Lebensgefahr besteht, können wir auch jetzt nicht sagen, wie es von nahem aussieht. Und wir müssen abwarten, bis es gelöscht ist, so. Und, ähm, also das fand ich sehr bizarr. Unser Reporter MacGyver meldet sich direkt aus dem Brandherd. Direkt aus dem Brandherd. In seinem Asbestanzug. Nein, und die, ähm, es gab Livestreams. Und das fand ich sehr, äh, absurd, weil ich hier, äh, in der Gegend essen war und am Nachbartisch guckten also tatsächlich Leute, äh, diesen Livestream auf ihrem Mobiltelefon bei voller Lautstärke und guckten sich also live, während sie aßen an, wie Notre-Dame abbrennt. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, also irgendwie, das ist alles sehr, sehr übertrieben. Also, ich meine, ähm... Mich lässt das emotional leider vollkommen kalt. Ich, äh, glaube, es ist nicht zu diskutieren, ob es Menschen gibt, die das emotional vielleicht stärker berührt, ähm, ob es Menschen gibt, die in ehrlicher Weise tief empfinden, wenn eine Kirche in Paris, eine recht bekannte, weltbekannte Kirche in Paris brennt. Das würde ich persönlich gar nicht diskutieren und noch weniger in Abrede stellen wollen. Ich finde, da sind Aspekte interessant bei, so auf der sozusagen Meta-Ebene, ähm, die jetzt da mit der Frage, brennt eine Kirche oder nicht, so wahnsinnig viel gar nicht zu tun haben. Ähm, wie kommt das, dass plötzlich für dieses Bauwerk, dass das plötzlich diese Bedeutung hat, ähm, offenbar ein, ein, eine, oder womöglich eine tiefe Sehnsucht nach Symbolen, eine tiefe Erschütterungssucht, so, wenn... Ich hatte es auch so ein bisschen erinnert an diese Lady Di stirbt, eine sehr bekannte, aber für sich genommen nicht bedeutende Person, äh, und irgendwie Myriaden von Menschen empfinden echte Trauer, äh, über so etwas. Und auch hier, also, zum einen diese, also, so eine Fehlallokation von, äh, Emotion und Bedeutung für ein Ereignis, ist nicht schön, ist auch blöd, wenn Kunstwerke zerstört werden, aber ist jetzt auch, äh, nicht wirklich schlimm, ähm, und der Punkt... So eine Art Fehlallokation zum einen, und auch, die sich dann noch darin äußert, dass da, also, wenn, wenn in Mosambik irgendwie, äh, das ganze Land unter Wasser steht und die Leute da tagelang auf den Dächern sitzen und so nach und nach runterfallen oder also mit wirklich, im Vergleich zu wirklich schlimmen Ereignissen, ähm, eine, eine Spendenbereitschaft plötzlich, wenn man das umgekehrt so sieht, da ist, wird irgendwo in, ähm, in Malawi wird da mal wieder irgendwie so ein ganzer Landstrich verwüstet und dann, äh, hört man doch schon, wie das Auswärtige, oder das Entwicklungshilfeministerium teilte mit, dass unbürokratisch eine Million Euro zur Verfügung gestellt wird und du sagst, ja, Deutsche sind nicht gefährdet, mein Gott, wie schön. Und, ähm, ja, fand ich sehr befremd, also befremdlich einfach, ne? Ja, ich finde das auch befremdlich, also, ja, wie, genau wie du sagst, ja, man darf das nicht in April stellen und so und wenn sich jemand darüber aufregen will, be my guest oder wenn jemand der Meinung ist, das nimmt ihn jetzt total emotional mit. Finde ich okay. Gleichzeitig, naja, gleichzeitig finde ich schon, kann man die Frage stellen, wie sind da, also, wie sind da die Prioritäten? Und ich glaube, ich glaube, dass, äh, dieser Punkt, den du da gerade hattest, das ist schon die richtige Spur, diese Sehnsucht nach gemeinschaftlichen, so, Ereignissen, Dinge, auf die man sich einigen kann. Das ist ja auch, das ist ja, also, es gibt dieses Wort Gratismut, ne? Ähm, ähm, also, ne, wenn man, weiß ich nicht, wenn, 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 Ja, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, wenn Jan Böhmermann twittert, dass alle Leute jetzt, weiß ich nicht, in die Staatsanwälte, Polizisten und Richter werden müssen, damit man das nicht den Rechten überlässt oder so, das finde ich ist so. Was ein Held. So, wow, danke Jan, ne, klar, also, ich studiere jetzt sechs Jahre lang mit allem drum und dran, bis ich fertig bin beim zweiten Staatsexamen Jura und dann versuche ich von innen heraus dieses Nazi-System zu verändern, super, danke für den Hinweis. wäre ich ohne dich nicht drauf gekommen. So, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es noch so was Abgewandeltes gibt, also in Anlehnung an den Gratismut, so diese Gratistrauer, ja, oder Gratismitgenommenheit, weißt du, das ist so safe. Wenn du, wenn du, wenn Notre Dame, da kannst du traurig sein, dass das abgebrannt ist, es betrifft keine Menschen, du musst niemanden aufnehmen, du musst für niemanden jetzt Häuser, Lebensmittel, sonst irgendwas spenden, ja, und, äh, was ich einfach in dem Zusammenhang krass finde, ja, dass da jetzt 700 Millionen Euro gespendet werden von so ein paar Superreichen und, ähm, das kommentierte dann irgendjemand auf Twitter, den ich jetzt wahrscheinlich, ich hab's gerietweetet, aber ich hab natürlich komplett vergessen, wer es war, ähm, kommentierte dann auch jemand auf Englisch und sagte, ja, also die Milliardäre dieser Welt wären wahrscheinlich in der Lage, viel Gutes zu tun und man sieht auch an diesen Spenden Zusagen und da bin ich ja jetzt mal gespannt, inwieweit sich diese Spenden Zusagen, also, ob das jetzt wirklich 200 Millionen Euro in Cash dann immer sind oder ob das jetzt, ich weiß nicht, ob da jemand zum Beispiel dann von denen eine Baufirma hat oder so und sagt, ja komm, ich, das ist eine Baufirma, zweitens Hälfte, natürlich, äh, Hälfte als Steuererstattung, wenn das ist, Betriebsausgaben, ne, ja, ja, genau, so, also, da wäre, da würde ich mir auch nochmal ganz genau angucken, was da jetzt wirklich gespendet wird, ob da jetzt, weiß ich nicht, Bauleistungen im Wert von 200 Millionen Euro gespendet worden sind oder tatsächlich 200 Euro, 200 Millionen Euro in Cash, aber es zeigt doch wirklich auf eine sehr eklatante Art und Weise, dass, also ich finde, es zeigt einfach, dass diese Vermögensungleichheit, die wir hier in der Gesellschaft haben, dass ab so einem gewissen Level einfach nicht gut ist. Also, ich meine, ich habe nichts gegen Reichtum, es sollen Millionäre irgendwie geben, aber ab Milliarden, da fehlt mir so persönlich das Verständnis, warum das Einzelpersonen dann besser verwalten können als ein demokratisch legitimierter Staat, der sagt, okay, wir brauchen mehr Kindergärten, Schulen, Sozialarbeiter, whatever. Ja, insofern hat ja Not to Dumb einen weiteren Beleg dafür erbracht, dass das Geld falsch angelegt wird, weil die das fälschlicherweise in die Restaurierung einer Kirche stecken, statt in die Rettung von Menschenleben oder die Prävention von Notlagen und Ähnlichem. Und auch diese Absurdität, dass, also ich glaube, dass sich vor allem all die Leute tatsächlich, die mal in Paris waren und dann da irgendwie einen schönen Nachmittag hatten, wie sie dann in der Sonne da so saßen und dann schlenderten sie so etwas da durchs Quartier und hatten das da, also so, das müsste man auch wirklich tiefenpsychologisch nochmal aufbohren. Wieso flippen die Leute aus, wenn in Paris eine Kirche brennt und also Kirche ist auch so etwas, was aktuell nicht gerade positiv besetzt ist, insbesondere die katholische Kirche. Was irgendwie sinnstiftend von hoher durchgehender gesellschaftlicher Relevanz wäre, das ist das eine. Ja, und also Kirchen gucken sich, guckt sich auch nicht jeder jeden Tag und so weiter und so fort. Ja, vor allem, was ich mich auch frage, also diese Kirche muss doch irgendwie versichert sein, beziehungsweise diese Firma, also das sind jetzt wahrscheinlich alles vielleicht angesichts des Schadens sehr virtuelle Fragen, aber es war ja nach jetzigem Stand kein Anschlag in irgendeiner Form so oder keine jetzt Brandstiftung, muss ja kein Anschlag sein, aber der kann ja auch ein Pyromane gewesen sein, der der Meinung ist auch, jetzt zünden wir mal Notre Dame an, ist doch auch eine ganz gute Idee. Denn dann gibt es doch für sowas auch Versicherungen. Also ich glaube, so eine Baugerüstfirma. Ja, ich glaube, das war keine, das, was da zu diesen emotionalen Auswüchsen geführt hat, war keine finanzielle Abwägung, keine rationale finanzielle Überlegung, sondern das, was dieser, was da dann, dieser Verlust der guten alten Zeit, der nostalgischen Momente, die man, also in Wirklichkeit ist man dann damals von dieser Paris-Reise zurückgekommen und hat gesagt, oh mal, Edith, weißt du, was da ein Kaffee gegostet hat? Ja, das ist eigentlich das, was ich so kenne. Aber heute ist es dann, war das schön und jetzt brennt das, also diese Unwiederbringlichkeit. Ich bin gesprungen. Ja, also deshalb diese Versicherungsbetrachtung vielleicht führst du noch aus. Ja, die Versicherungsbetrachtung bezog sich eher darauf mit diesem, dass da jetzt vorschnell Millionensummen gespendet werden, wobei ich weiß auch nicht, ob jetzt die, wie heißt die, Hamburger Rück, nee, da gibt es doch so einen deutschen. Münchner. Münchner Rück, ob die jetzt sagen würde, ey klar, kein Problem, also 1,4 Milliarden Euro oder was da die Sanierung kostende, die haben wir gerade noch so. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine interessante rechtliche Frage, ob, und wir haben es jetzt nicht recherchiert, aber man müsste es mal irgendwie recherchieren. Sag mal, wenn das so ein mittelständischer Handwerksbetrieb war, der da den Laden, das war irgendwie der, keine Ahnung, der Schweißbetrieb Laurent aus Versailles, der ist natürlich relativ schnell am Rande seiner Leistungsfähigkeit, wenn da die Rechnung von der Stadtverwaltung Paris kommt oder von der, naja, wie dem auch sei, also finanziell sollte das nicht das Problem sein. Ich meine, hier baut man so ein völlig bescheuertes Stadtschloss auf und kriegt die Kohle auch irgendwie zusammen, was nicht zerstört, also anyway, ja, das finde ich, also tatsächlich, jetzt wo ich daran denke, das finde ich genauso, also ähnlich ärgerlich, aber ist vielleicht ein bisschen weiter, weiter Bogen. Komm, wir machen ein anderes Thema. Wir machen ein anderes Thema. Wir kriegen es aber nicht, wir kriegen es witzigerweise, glaube ich, auch gar nicht so richtig geklärt, was uns jetzt so genau daran stört, aber so richtig geil, ich glaube, wenn man es auf einen Satz runterbrechen will, ist, wir verstehen einfach nicht, warum die Leute wegen Notre Damme so abgehen. Wir verstehen es einfach nicht. Und glauben, dass wir es falsch finden, so abzugehen. Ich glaube, da muss man sich nochmal justieren, wenn man da meint, das ist wirklich schlimm, meine ich, muss man sich nochmal neu justieren und sich fragen, muss man sich einfach nochmal überarbeiten. Vielleicht kommt man dann zum Ergebnis, ja, das ist wirklich schlimm. Greta Thunberg hat das auch nochmal gut zusammengefasst. Ist das Überleitung jetzt? Nö, das ist keine Überleitung, aber das ist nochmal ein ganz guter Punkt mit dem, da muss man sich vielleicht mal justieren. Greta Thunberg hat halt gesagt, ja, also Kinder, guckt euch das an, da brennt jetzt diese Kirche ab. Innerhalb von wenigen Tagen mehrere Millionen, dreistellige Millionenbeträge kommen da zusammen an Spendenzusagen. Und gleichzeitig brennt uns gerade der Planet ab, im wahrsten Sinne des Wortes und es interessiert die Leute einfach nicht. Aber wie gesagt, wir bräuchten eine tiefenpsychologisch arbeitende, tiefenpsychologin, Therapeutin, die uns das erklärt, was da abgeht. Ja, ansonsten müssen wir wohl wirklich selber nochmal ins Studium einsteigen. Werde ich kein Staatsanwalt, aber muss ich doch nochmal Psychologie studieren. Ja, aber interessanter Hinweis, dass Greta Thunberg offenbar sich zu Notre Dame geäußert hat und gesagt hat, we came together for Notre Dame, wahrscheinlich spricht die auch perfekt Französisch, obwohl sie freitags nicht in der Schule ist, we can do the same for the world. Ja, da hat sie auch recht. Ja, einfach auch mal ein bisschen, ich finde das ist schon eine Lehre, die man aus Notre Dame ziehen kann, dass man sich dann, wenn man sich plötzlich so wohlfeil, gratis sein Herz an etwas hängt und seinen Emotionen freien Lauf gibt, vielleicht sogar weint und dass man sich dann einmal überlegt, sich auch selbst therapiert und sich fragt, sind es wirklich die wichtigen Dinge, an die ich mein Herz hier hänge? Ja, wir haben ja die Ostersendung auch, vielleicht wird es ein bisschen sakral. Ich glaube, aber ich glaube, das ist tatsächlich, ich glaube, jetzt haben wir es, das ist tatsächlich der Punkt. Also ich glaube, dieses im Sinne von check your privileges, ja, ne, checke, worüber du dich da jetzt gerade so, worüber du da gerade so tief betrübt bist, angesichts des ganzen Elends. Check your allocation, sagen wir. Ja, sagen wir irgendwie so. Ja, right. Weiter geht's im Sause-Schritt. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir machen. Achso, ja, Greta Thunberg, wir reden öfter über sie in dieser schönen, in diesem schönen Podcast. Greta Thunberg kommt ganz gut rum. Greta Thunberg trifft interessante Leute, mich leider noch nicht, aber. Wir haben sie auch schon angefragt. Nein, leider noch nicht, aber wir könnten es mal machen tatsächlich. Ich meine, mehr als nein sagen kann sie nicht. Mehr als nein sagen wird sie auch nicht. Sie könnte auch ja sagen. Also, Greta Thunberg, wir fragen sie mal an, aber. Vielleicht hört sie uns schon. Ich denke schon. Kann wahrscheinlich auch Deutsch, obwohl sie freitags nicht in der Schule ist. Obwohl sie freitags nicht in der Schule ist. Ihr Geld, ihr Deutsch ist wahrscheinlich genauso gut wie ihr Englisch. Nein, der Finnisch ist ja auch einfach nur ein dorniges Deutsch. Wie kommst du auf Finnisch? Achso, Schwedisch. Ja. Schwedisch ist ein dorniges Deutsch. Ich wollte nur nicht, dass wir jetzt hier wieder Stimmen haben, dass wir ignorante Köppe wir so auch sind, dass wir da sagen, ja, hier ist alles offenbar. Immerhin haben wir jetzt heute in der Folge Greta Thunberg noch nicht Kind genannt. Das heißt, wir sind, was das angeht, schon mal safe. Greta Thunberg war in Roma und hat den Papst getroffen. Getroffen ist übertrieben. Die stand da irgendwie an diesem, vor dem Petersdom, auf diesem Petersplatz. Und der Papst kam zu ihr und hat ein paar warme Worte gesagt. Hat sie glücklicherweise nicht irgendwie, ähm... Ich wusste den Satz gar nicht weiter. Ich lasse eure Fantasie spielen. Es waren noch zu viele Kameras da. Auf jeden Fall, der Papst hat Greta Thunberg gesagt, ähm, mach weiter. Ja. Sie soll weitermachen. Und das ist natürlich auch, ähm, da hat der Papst gut reden, ne? Aber er, ich finde, er könnte sich da ja auch anders äußern, ne? Also, ja, erstens müsste er sich da am Rande dieses, ähm, dieses, äh, dieser Messe, müsste er sich da nicht mit Greta Thunberg treffen. Ja. Und das war ja schon also in irgendeiner Form arrangiert. Also, der läuft da ja nicht zufällig genau an die Ecke, wo die Greta Thunberg da stand. Also, das war nämlich jetzt nicht irgendeine Form von Audienz oder so, sondern es war da auf dem Petersplatz. Und hat ihr dann also auch nochmal gesagt, ja. Das war so eine Generalaudienz. Ja. Mach mal weiter so. Und das, äh, fand ich schon, das fand ich schon ganz cool. Und was ich danach ziemlich abgefahren fand, war, das ist, äh, und das war ja jetzt am, das war ja gestern am Karfreitag. Äh, oder? War es gestern oder vorgestern? Ich weiß es nicht. Vorher drei Tagen war das, glaube ich. Ähm, sie hat dann noch, sie hat dann noch auf dem Piazza della Popolo, heißt der, glaube ich, auf dem Volksplatz. Äh, gesprochen. Sollte sich jeder mal bei Google Maps angucken, der ist nämlich nicht klein. Also, äh, nach einer vorsichtigen Einschätzung meines Hauses, wenn ich jetzt gefühlt, ich war erst vor drei, vier Wochen da. Ähm, leider bei keiner Kundgebung jetzt, also, äh, aber. Und der Papst war auch nicht da. Der Papst war auch nicht da. Es ist, irgendwas mache ich falsch. Aber, äh, Lazio Rom hat gegen Roma gespielt. Und auf diesem Platz standen ungefähr 20 Polizeiautos, ja. Und ungefähr genauso viele Polizistinnen und Polizisten, waren vor allen Dingen Polizisten. Ich blicke bei der italienischen Polizei sowieso nicht durch, ne. Es gibt irgendwie... Es gibt die Carabinieri. Es gibt die Carabinieri. Es gibt die Polizia Statale, la Polizia Locale. Ja, genau. Und wahrscheinlich noch regionale und subregionale. Ja, es gab irgendwie noch Polizia und dann gab es Polizia Roma und so. Ich, 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 ich. I don't know. Auf jeden Fall. Es ist wirklich ein, es ist wirklich ein ziemlich großer Platz. So ungefähr so groß wie ein Fußballfeld, würde ich jetzt mal, ähm, sagen. Und dann, grob geschätzt, und der Platz war voll. Der Platz war voll. Und, ähm, das fand ich dann doch schon sehr beeindruckend, dass die Greta Thunberg also wirklich mittlerweile wahnsinnig viele Leute zieht. Äh, sie ist ja auch vom Time Magazine jetzt zu einer der 100 Most Influential People of the World gewählt worden. Neben Taylor Swift und The Rock. Ähm. Aber, naja gut, ich meine. Und He-Man. Was? Und He-Man. Äh, nix gegen The Rock. The Rock ist schon, also Dwayne Johnson ist, finde ich, ähm, ein sehr solider Schauspieler. Ähm, aber gut, das führt jetzt ein bisschen weg. Kann ich dir zu sagen. Ja, ähm, das wäre, das wäre jetzt auch eigentlich das gewesen, was ich dazu sagen wollte. Ich fand das halt bemerkenswert, dass der Papst also sagt, liebe Greta Thunberg, mach doch weiter so. Ja, vielleicht auch meine Eindrücke, dass die die Piazza del Popolo vollkriegt. Ähm, gut, sehr gute Sache. Ähm, ich finde diesen Satz, den du vorhin zitiert hattest, der mir entgangen war, wo sie sagte, ähm, wenn man, wenn man zusammenkommen kann, um Notre Dame aufzubauen, kann man das ja auch mit der Welt machen. sehr, sehr prägnant, sehr, sehr schön, sehr erfreulich. Ich finde das gut, dass der Papst sich ohne Zwang, äh, zwanglos diesem Thema annimmt. Die Kirche vertritt, das habe ich nur so am Rande mitbekommen, jedenfalls mit Worten, auch in der Flüchtlingsfrage angesichts von Ostern, das ist so ein wenig das Motto der katholischen Kirche, jedenfalls des Vatikans für die Osterfeierlichkeiten, ähm, vertritt, hat da so das Oberthema, ähm, Flüchtlinge, Flüchtende, äh, und die Forderung, denen mit Menschlichkeit zu begegnen, gesetzt. Finde ich auch ganz gut, ähm, also finde ich auch ganz gut, ich finde es jedenfalls, dass man das mal konstatiert, dass das in den, in Worten aktuell eine der wenigen Einrichtungen ist, äh, neben den Grünen, äh, die sich einigermaßen, äh, offen, äh, zur Tatsache äußern, dass Menschen Länder verlassen, um in anderen Menschen, äh, in anderen Ländern glücklicher zu werden, äh, äh, als da, wo sie unglücklich sind, finde ich auch sehr gut, die, der Umstand, dass, äh, sich der aktuelle Papst Franziskus, ähm, in, auch mal, kann Papst, äh, also erfreulich, dass ihn Papst mal in einer sinnvollen Weise äußert und betätigt, ähm, kann nicht überdecken, dass der emeritierte Papst, äh, also wir sind Papst, äh, Ratze, dass der mit seinen 92, glaube ich, hat der noch mal so ein, der noch mal ein Knallersatz rausgehauen, dass er, also er weiß, wo der Missbrauch herkommt, war so der Kern, der, Kern der, Kern der Schrift, die er, äh, sich irgendwie, die er rausgehauen hat, also, äh, er hat, äh, eine, eine sehr breit angelegte Studie offenbar durchgeführt und, äh, äh, Evidenz gefunden, dass, äh, die 68er Missbrauchstunde, ja jedenfalls, also umso heller strahlt dann, äh, ein Papst, der mal was Vernünftiges sagt. Wobei man, wobei man sagen muss, dass Franziskus auch viel Blödsinn sagt, wenn der Tag lang ist, ne, also der hat ja auch gesagt, so, äh, Kinder schlagen und so in der Erziehung, alles gar kein Problem, ähm, ich, äh, bin auch immer ganz verwundert, äh, ich meine, Roberto Blanco hat das mal sehr gut, Roberto Blanco, eine weitere Autorität, auch was, äh, was Kirchenarchitektur des 13. Jahrhunderts angeht, äh, Roberto Blanco hat das mal, als ich mal bei dieser Roche und Böhmermann Sendung war, ganz gut zusammengefasst, äh, er sagte, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an sein Bodenpersonal, ja, und, ähm, das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen, die, ähm, reden natürlich viel, wenn der Tag lang ist, ähm, gleichzeitig, was da institutionell passiert, insbesondere auch beim Thema Missbrauch, diese Woche hat ja der Pfeiffer, der, äh, hier auch schon mal erwähnt worden ist in dem Zusammenhang, dass er ja diese Missbrauchsstudie für die katholische Kirche in Deutschland machen sollte, ein Interview der Zeit gegeben, äh, wo er halt so gesagt hat, wo er mal so erklärt hat, warum er das damals nicht weitergeführt hat, äh, was halt noch mal zeigt, dass bei, dass der Hinweis, dass sie zumindest, also das ist ein Hinweis, dass sie sagen, noch mal sehr gut ist, weil was die Kirche sagt und was die Kirche tut, ist etwas unterschiedliches, aber da ist sie nicht alleine. Das ist bei vielen Institutionen so und, äh, wir haben im Rahmen dieses Podcastes ja auch schon mal attestiert, dass, ja, äh, große Organisationen, das ist sehr schwierig, dass die sich von selbst, von innen heraus, ja, das reformieren und bei so einer, ähm, Pimmelparade, wie es die katholische Kirche ist, ist es umso schwieriger. Ja, das wäre eine Leseempfehlung, das Interview mit Christian Pfeiffer heißt er, glaube ich, emeritierter Leiter des Kriminologischen Instituts irgendwo in Niedersachsen, ein sehr beachteter, äh, angesehener, nicht immer ohne Geltungssucht agierender, äh, aber, ähm, ja, beachtlicher Kriminologe, inzwischen emeritiert und, äh, dieses Interview in der Zeit der vergangenen Woche, die also am Mittwoch erschienen ist, vor Gründonnerstag, das Interview sehr lesenswert, äh, er schildert dort, wie er, wie massiv er unter Druck gesetzt worden ist, also wie zunächst versucht wurde, ähm, mit, äh, einem sechsstelligen Betrag ihn, äh, dazu zu bewegen, die Missbrauchsstudie fortzuführen, ähm, mit, unter Einhaltung der Vorgaben, ähm, der katholischen Kirche, wie massiv er dann bedroht worden ist, als er sagte, nein, ich mache das trotzdem nicht, ähm, bedroht, ähm, im Sinne des ihm ganz klar in Aussicht, also die haben nicht gesagt, wir bringen dich um, das hätten sie wahrscheinlich noch vor 100 Jahren gemacht, oder vor wie vielen Jahren auch immer, äh, sondern ganz massiv damit gedroht, ihm einen Reputationsschaden zuzufügen, also so, wenn du das machst, brauchst du dich nirgendwo mehr blicken lassen, zulassen, und, ähm, ja, sehr lesenswert, ähm, crazy shit, crazy shit, ne? Ja, die katholische Kirche, die kämpft halt auch schmutzig. Ja, aber wir, wir werden, wir lassen es uns nicht nehmen, dass wenn da mal was Vernünftiges kommt, erkennen wir das an, äh, also... Ist aber trotzdem schwierig. Ja, ist trotzdem schwierig, umso weniger Grund, um jetzt mal Thema 1 und Thema 2 zu verbinden, umso weniger Grund, also so derartig, äh, zu dekompensieren, wenn da mal eine Kirche von denen brennt, mein Gott. Ja, also die haben, die haben früher Menschen verbrannt, dann können die auch mal so eine Kirche da brennen. Ja, vor allen Dingen, der Witz ist, das ist ja früher TM, ist das ja ständig passiert, dass man irgendwo so eine Kirche brannte oder sonst irgendwas, also kann man sich eigentlich, sollte man sich eigentlich darüber freuen, dass das Ding, ich glaube, beim letzten, zum letzten Mal, die gute alte Zeit, zum letzten Mal hat das irgendwie bei der französischen Revolution gebrannt. Ja, ich muss auch sagen, als in, in Rio de Janeiro, ähm, das Naturkundemuseum, ähm, abgebrannt ist, das war tatsächlich schön, ähm, dass, so, ähm, ja, ähm, Exponate und Archive beinhaltete, die wirklich Unwiederbringliches enthielten und nicht irgendwie das 17., äh, das 17. gotische Gemälde von irgendeinem Kardinal, schießt mich tot, ja, anyway, ähm, da hätte, würde ich sagen, gut, da würden auch andere sagen, komm, ist doch völlig egal, ähm, aber, ja, ähm, check your allocation. Das kann man, das kann man, das kann man tatsächlich, das kann man da an der Stelle tatsächlich abkürsen, es ist tatsächlich 5000 Mal schlimmer, weil da natürlich eine ganze brasilianische Geschichte drin war, ja, das ist so, als würde in Deutschland, weiß ich nicht, das Bundesarchiv wegbrennen. Wenn jetzt das Bundesarchiv in zum Beispiel Freiburg wegbrennen würde, wären alle Akten, die es in Deutschland, oder nicht alle, aber, sagen wir mal, so gefühlt 90 Prozent der Akten über, äh, Wehrmacht, Reichswehr, Deutsches Reich, also vor, ähm, vor dem Dritten Reich, ja, vorrangreißig, wäre halt weg, ne, und das ist ja da in, ähm, Brasilien passiert. Ich meine, die konnten, da, da lagen ja dann auch, da stand ja zu befürchten, die haben da so ein Skelett von so einem Frühmenschen zum Beispiel da auch drinne, äh, da stand zu befürchten, dass das auch im Arsch ist, das konnten sie, glaube ich, bergen und so, ne, also, ähm, aber ja, klar, als dieses Nationalarchiv da in Brasilien brannte, ähm, war die Entrüstung und Entgeisterung mitnichten so groß. Was mich nochmal zu dem Punkt bringt, gratis, gratis Mut, ne, also, wenn du, äh, du, du musst auch irgendwie nix über so eine Kirche wissen, äh, um das schlimm zu finden, dass sie abgebrannt ist, ne, bei diesem Nationalarchiv, ja, äh, auch so, das ist so Papier, ja, aber die Dornenkrone von Jesus Christus garantiert die originale Dornenkrone. Das hatten wir vergessen. Das ist die Originaldornenkrone, nach, nach umstrittener Auffassung, handelt es sich um die Originaldornenkrone, dass die Gefahr, also, die war da drin, wahrscheinlich lief die jetzt auch nicht Gefahr zu... Von Jesus. Äh, ja, sicher. Von wem denn sonst? Ja, ich wollte es nochmal klarstellen. Ich weiß ja jetzt nicht... Von Brian, oder? Ja, ich weiß ja nicht, wie religiös bewandert unsere Hörerinnen und Hörer sind. Ähm, aber, ja, das war natürlich auch, ja, gut, dass du es nochmal sagst, äh, dass, ähm, dass viele Menschen fürchteten, dass die Dornenkrone des Herrn Jesus Christus, ähm, wie es schon im Namen der Rose heißt, ähm, dass, also, wenn alle Relikien echt wären, dann hätte, äh, hätte, äh, Petrus, glaube ich, 890 Zähne gehabt oder sowas. Ja, nein, aber was ich halt echt, was ich halt wirklich sehr bemerkenswert finde, ähm, äh, 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 und da, das ist dann wirklich nochmal das Thema Unwissen, twitterte irgendeine englischsprachige Twitter-Nutzerin, hier guckt mal der Altar und das goldene Kreuz in Notre-Dame, das steht noch, wer sowas sieht, kann, wer kann da nicht an die Existenz Gottes glauben, wenn man sowas sieht. Und dann hatte, nee, pass auf, und dann hatte irgendein so naturwissenschaftlich motivierter Twitterer, der also viel über so Physikzeug und so twittert, twitterte dann so furztrocken, naja, also so ein Holzfeuer brennt bei 600 Grad Celsius, wohingegen der Schmelzpunkt von Gold bei 1024 Grad Celsius liegt. Und das, äh, ist dann halt so, das ist aber genau, das ist aber genau der Punkt. Nee, aber diese Schmelzpunkte hat ja auch der Herrgott festgelegt insofern. Ja, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Ja, lass weiter machen, wir, 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 wir vertrödeln, wir vertrödeln. Ja, vertrödeln darf ich nicht sagen, aber, wir wollen, wir, katholische Kirche reißen wir uns von diesem Thema los. Katholische Kirche, E. und Domus. Ich muss aber ganz kurz noch, weil wir hatten ja mal angekündigt, dass wir über die Europawahl hier sprechen, in diesem Podcast, haben das bisher, finde ich, in eklatanter Art und Weise vernachlässigt, was ich versuche mich jetzt ein bisschen rauszureden. Machen wir beim nächsten Mal. Was auch ein bisschen daran liegt, dass, finde ich, der Europawahlkampf extrem schleppend läuft. Also wir haben in fast, in einem Monat und einer Woche haben wir Europawahl und ich habe nicht das Gefühl, dass es Europawahlkampf gibt. Das ist aber etwas, was wir hier in diesem Podcast schon öfter attestiert haben. Ich glaube, spätestens zum letzten Mal vor ungefähr 60 Tagen ist es noch 100 Tage bis zur Europawahl waren und wir gesagt haben, es gibt ja noch gar keinen Wahlkampf. Jetzt hängen die Plakate. Ich wollte ganz kurz über die Plakate sprechen. Ja, Ulrich, wie wirken die Wahlplakate auf dich? Es gibt eins, über das spreche ich gar nicht. Das ist von einer Partei, über die wir hoffentlich nicht mehr sprechen. Die sogenannte Partei. Ja. Spreche ich nicht weiter drüber. Allerdings sind die Wahlplakate der christlich-demokratischen Union auch sehr auf so einer unterschwelligen Ebene die Menschen ansprechend oder darauf abzielend. Die haben, jeder wird es schon gesehen haben, oder viele so zweigeteilte Plakate, die offenbar links schlecht, rechts gut und zwei kann man mal schildern, links zerbombter Reichstag, rechts aufgebauter Reichstag. Soll man sich also wohl denken, Europa ist gut für das Reichstagsgebäude. Nee, und das andere ist, da sitzt auf dem linken bösen Bild eine Person, hat so ein Hoodie auf, in verbrecherischer Absicht sich ein Hoodie über den Kopf gezogen, sitzt vor einem Computerbildschirm und macht verbrecherische Dinge. Macht Cybercrime. Die meisten maskieren sich, wenn sie Cybercrime begehen. Und rechts sitzt eine dargestellte Soldatin der Bundeswehr. Ja, das hat mich auch irritiert. Also im Cyberabwehrzentrum. Im Cyberabwehrzentrum wahrscheinlich so. Also das geht gar nicht. Genau, und dann steht da Sicherheit ist nicht selbstverständlich. So, und also das ist richtig primitiv. Das wäre das Prädikat, das ich den bisher aufgetretenen auf sichtbaren CDU-Wahlplakaten geben würde. Primitiv. lächerlich, aber zielgruppen orientiert, bin ich ziemlich sicher. Das hätte ich auch gesagt. Das hätte ich auch gesagt. Also mit anderen Worten perfide. SPD-Wahlplakate, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, ob es diese Partei noch gibt. Das wäre auch eine interessante Frage. Ich bin noch mit. Auch beim sogenannten geordneten Rückkehrgesetz eine absolute Underperformance. SPD-Plakate so mit ja, also so bedeutungslosen Sachen, dass mir gar nichts einfällt. So Mindestlohn rauf. Also nicht, dass das bedeutungslos wäre, aber mit so Plattitüden ebenfalls. Auf einem ist der Eiffelturm zu sehen, etwas fallisch, finde ich. Und was ich nicht schlecht finde. Und auf, also das sind irgendwie so Katharina Barley ist sehr überschminkt auf den Großplakaten. Also da würden ihre Kinder sie wahrscheinlich nicht erkennen. Also SPD-Plakate habe ich gar nicht berührt. Die Grünen stehen so mit so Sprüchen. Also Robert Habeck, da steht dann immer so eine grünen Figur. Also grünen Politiker ist abgebildet und dann so ein großer Spruch. Europa ist nicht ideal, aber schon eine verdammt gute Idee, sagt Robert Habeck, dem Plakat zufolge. Ja, also es versucht keiner, die Leute abzuholen und ihnen zu erklären. Also es wird überhaupt, es ist nichts thematisches dort. Ja, das ist mein Eindruck davon. Wir sollten uns in der Tat beim nächsten Mal der Europawahl widmen, wenn wir das schon kritisieren, dass da keiner was thematisches macht, sollten wir uns selber in die Pflicht nehmen, etwas thematisch dazu beizutragen. Ja, da läuft ja darauf hinaus, dass wir uns die ganzen Wahlprogramme durchlesen müssen. Marxistisch-leninistische Partei Deutschlands will den Straftatbestand der Bildung einer terroristischen Vereinigung abschaffen. Das ist eigentlich noch das Konkreteste. Geht aber auch nicht über Europa. Das ist Kompetenz der Mitgliedstaaten. Naja, also... frage das halt deswegen, weil ich ja noch immer fest davon überzeugt bin, dass die Plakatkampagne der Piratenpartei im Jahr 2011 im Land Berlin die einzig gute Plakatkampagne war, die es jemals in einem deutschen Wahlkampf gab. Das glaube ich halt tatsächlich, weil wir da natürlich so Knaller Plakate dabei hatten wie warum hänge ich hier eigentlich ihr geht doch eh nicht wählen oder so andere schöne Dinge wie fragt doch milie darüber unterhält und ich glaube und die hatten vor allen Dingen einen spürbaren Effekt wir haben die Plakate aufgehangen und eine Woche nachdem die Plakate hingen waren die Piraten mit drei Prozent in den Wahlumfragen das heißt du konntest wirklich messen ah ja wir haben die Plakate aufgehangen Plakate haben den Effekt dass drei Prozent der Wählerinnen und Wähler Piratenpartei wählen würden und das ist wie gesagt meiner Meinung nach das einzige was Plakate machen können dass sie Menschen dazu anregen und deswegen sind meiner Meinung nach Wahlplakate total wichtig dass sie Menschen dazu anregen über die Partei und ihre Forderungen zu sprechen es bringt nichts Einzelpersonen das so rein zu hämmern sondern weiß ich nicht der Jürgen muss der Gabi in der Kaffeepause auf Arbeit erzählen ich hab da dieses Plakat gesehen warum häng ich hier eigentlich ihr geht doch eh nicht wählen was für ein Driss ich geh doch wählen echt ich war bei der letzten Wahl doch nicht wählen weißt du dass sich da Gespräche wie auch immer geartet um diese so und das Einzige worüber wozu mich diese Plakate also wirklich im Moment aller Parteien aber am wenigsten bei den Grünen und bei der Linkspartei ich finde also auch die Linkspartei die versuchen wenigstens so ein bisschen das mit den Themen und so Sprüche die dazu anregen mal drüber nachzudenken also zum Beispiel was ich ganz gut fand war es gibt so in Berlin ein Plakat von der Linkspartei da steht dann drauf Berlin hat Eigenbedarf ja also zu diesem ganzen Thema Vergesellschaftung von Wohnungen oder wo ist dann kein richtig europäisches Thema aber gut es ist kein europäisches Thema es ist aber ein Thema weil natürlich in Berlin diese das Thema mit deutschen Wohnen Vergesellschaften und so natürlich virulent ist aber auch die Grünen oder die auch die Linkspartei hat zum Beispiel noch so ein Plakat Klima vor Profite oder so wo ich jetzt sagen muss okay da ist ja zumindest schon mal eine Priorisierung da da ist ja schon mal wird ja schon mal irgendwie klarer was diese Partei will das heißt aber natürlich am Ende des Tages sind mir die Plakate dann auch von Grünen und Linksparteien die mir noch am besten gefallen nicht radikal genug so die SPD also die CDU Plakat Kampagne kann ich hier vollkommen zustimmen perfide werden da die Angstknöpfe bedient so es könnte ja wieder Krieg geben in Europa es könnte ja wieder weiß ich nicht Kriminalität Kriminalität könnte es geben steigt ständig ja die bedienen aber wenigstens kohärent ihr eigenes Klientel zumindest geschickt ja sie machen also wenn du CDU also du kriegst was du wählst würde ich behaupten also was die CDU dann nochmal in den Parlamenten macht ist eine andere Sache aber da wird wirklich 1a das Weltbild der CDU Wählerinnen und Wähler bedient so und die ich halte die SPD Plakatkampagne für einen kompletten Totalausfall kompletter Totalausfall das ist also quasi doppelt schlecht das ist der Totalschaden unter den Totalausfällen also dieses Europa ist die Antwort und dann immer nur ein Wort auf diesen Plakaten da kommt man glaube ich drauf wenn man so 2 3 Bier getrunken hat und findet es dann total geil und man kommt da insbesondere drauf wenn man in so Kreisen operiert wo einem niemand widerspricht ja wo also niemand mal sagt sorry Leute aber wollen wir vielleicht nicht irgendwas noch transportieren oder so sondern sich halt alle total abfeiern und auf die Schulter klopfen ich finde diesen Claim Europa ist die Antwort total gefährlich und schwierig weil du ihn natürlich auch für alles benutzen kannst was du an der Europäischen Union scheiße findest also weiß ich nicht warum gibt es keine 1000 Watt Staubsauger mehr Europa ist die Antwort oder warum I don't know haben wir jetzt alle Energiespar Glühbirnen Europa ist die Antwort in Berlin ordentliche Fahrradwege gebaut werden da ist Europa nicht die Antwort das kommt noch dazu ist halt sachlich falsch Europa ist nämlich nicht die Antwort für alles völlig klar und es ist umgekehrt genauso ein Fehler Themen die nicht europäisch sind als in den Europa Wahlkampf einzuführen das ist ein sachlicher Fehler kann das klar dass ein Wahlplakat jetzt kein Essay eines Politikwissenschaftlers ist okay kann man alles machen aber es versucht die CDU hat ihre Zielgruppe die ist verankert die bewegt sich auch aktuell mit einem zu erwartenden Anteil an Wähler Stimmen der jedenfalls nicht existenzgefährdend ist und hat ihren Weg und geht diesen Weg den ich für falsch halte und der mein Empfinden stört aber das ist gut richtig und legitim für sich genommen die SPD ist im freien Fall hat überhaupt kein Thema für das sie bekannt ist für das sie steht und versagt komplett und versucht es auch nicht ein Thema zu platzieren versucht es nicht zu sagen wir sind die Partei die nicht jeden Ausländer der einen Kaugummi klaut sofort ausweisen will wir sind die Partei die sich Gedanken macht um ein Zusammenleben der Menschen wie es in Europa funktioniert über Europa hinaus weil der nächste Schritt nach unseren Erkenntnissen sein wird dass die das Zusammenleben in globaler Weise geregelt wird das ist ja auch eine der großen Erfahrungen die Europa liefert Europa liefert ja nicht nur die Erfahrung die auch so ein bisschen verblasst dass es ein Instrument war und ist zu verhindern dass sich Frankreich und Deutschland die Köpfe einschlagen sondern Europa ist ja auch ein Prinzip das dazu führt dass man vielleicht auch mit Leuten die jetzt noch nicht in Europa sind die auch nicht zu Europa rein geografisch gehören dass dass man denen begegnet nichts nada null so werden die die 10% Grenze demnächst erreichen ja das ist ich weiß auch nicht ich weiß offengesprochen nicht was man dazu noch sagen soll außer dass es halt ein Totalausfall ist du hast vollkommen recht du kannst nicht du kannst nicht also Deutschland verfehlt wieder bei meiner Lieblingsthemen das Ende der Welt so wie wir es kennen Deutschland verfehlt im Moment sehenden Auges die schon quasi abgegebenen Vereinbarungen Abmachungen des Pariser Klimaabkommens ja und dann macht man ein Plakat auf dem draufsteht Klimaschutz Europa ist die Antwort Bullshit Bullshit Deutschland könnte sagen so raus aus der Kohlekraft Deutschland könnte sagen ab 2020 gibt es hier kein oder meinetwegen 2025 I don't care wird hier in Deutschland kein Verbrennungsmotor mehr zugelassen Deutschland könnte sagen auf Ebene der Bundesländer wir klatschen auf jedes Dach jetzt eine Photovoltaikanlage irgendwie drauf da braucht man nicht also man braucht die Europäische Union für sehr viele Dinge wir sehen es gerade am schönen Beispiel des Brexits dass man die Europäische Union für sehr viele Dinge braucht aber für genau diese Dinge die dort stehen oder für viele dieser Dinge braucht man Europa nämlich nicht man braucht Europa auch nicht für also ja man braucht Europa für Frieden aber Deutschland hat hat auch eine sehr große Verantwortung für das Thema Frieden in der Welt zum Beispiel wenn man sich die Rüstungsexporte anguckt also man kann jetzt nicht irgendwie der weiß ich nicht auf welcher Platz wir momentan sind ich glaube viert oder fünftgrößte Rüstungsexporteur der Welt sind wir können auch der drittgrößte sein liefern irgendwie an Gott und die Welt die Waffen wundern uns dass die Leute an die wir die Waffen keiner wissen dass die jetzt in Saudi Arabien unsere Waffen einfach weiter verkaufen und jetzt auf einmal der IS Heckler und Koch Gewehre hat schlimm schlimm lange Rede kurzer Sinn ich finde es unterkomplex ich finde es unterkomplex es geht an der Realität vorbei und ich frage mich echt wie man die wie man darauf kommen kann dass das eine gute Idee ist so eine komische Plakatkampagne zu machen ja ich glaube obendrein auch noch ein strategischer Fehler ein taktischer Fehler Katharina Barley zur Spitzenkandidatin zu machen Katharina Barley tief involviert als Justizministerin in wirklich wichtige Diskussionen wie vielleicht kommen wir dazu gleich noch Gesetzesvorhaben die sich im weitesten Sinne mit Fragen der Migration beschäftigen das wiederum in einem extrem schwierigen Kontext der großen sogenannten großen Koalition in der offenbar eine unendliche Furcht davor herrscht dass es wieder knirschen könnte da wird sie also völlig in die Ecke gedrückt völlig platt gewalt das Justizministerium findet nicht statt dort und sie kann sich dementsprechend gerade auf dem ganzen Migration betreffenden Themengebiet überhaupt nicht positionieren darf sie nicht weil dann die GroKo auseinander bricht also leider ein glaube ich ein großer Fehler dass da jemand sitzt der einfach wegen der Gegebenheit wegen der Umstände nicht kann aktuell Katharina Bale und weitere Problematik glaube ich also ein größeres Strukturproblem dass die Parteien dass das Europaparlament von Vertretern nationaler Parteien geschickt wird natürlich das können wir vielleicht beim nächsten Mal uns noch ein bisschen genauer anschauen da ist ja nichts europäisches im Grunde genommen es gibt kein europäisches Thema für das man wählen sich einsetzen kann man kann sich dafür einsetzen Leute die aus sozialdemokratischer Herkunft aus ihren diesen Gründen oder die linke Herkunft sich für Mindestlohn Regelungen einsetzen okay kann man nach Europa schicken die setzen sich dann da für Mindestlohn ein aber eine übergeordnete europäische Liste würde ja auch dazu zwingen dass man fernab der deutschen Parteipolitik die ja gerade die Spitzenkandidatin der SPD komplett lähmt fernab also der nationalen Politik und der nationalen Tendenzen ein europäisch unabhängig ein europäisches Thema vertreten kann dass dann die CDU von mir aus für einen protofaschistischen Überwachungsstaat europaweit diese EVP eintritt und die europäischen sozialdemokraten von mir aus für den wohlfahrtsstaat wo keiner mehr wo jeder alles kriegt und die so jedenfalls dass man das doch ein bisschen polarisieren könnte tut man aber nicht tut man nicht ist blöd ist blöd nächste Woche mehr dazu ja so jetzt machen wir mal du wolltest über dieses das klang ja jetzt schon mehrmals an dann machen wir das einfach machen wir das einfach jetzt hat ja so viel rumgequenkt nein du wolltest das sogenannte geordnete rückkehr gesetz machen wolltest du drüber reden ja wir also überschrift für dieses für diese erörterung ist nennen wir es mal migrationsrecht in deutschland wir erinnern uns vor rund einem jahr was als horst seehofer mit der politischen kalaschnikow auf dauerfeuer durch die gegend rannte und riesen chaos verursachte seit jener zeit ist vermeintlich ruhe in die ganze debatte eingekehrt aber im zusammenhang damit steht jetzt auch das sogenannte geordnete rückkehr gesetz in die ganze debatte tschuldigung dass ich dich jetzt hier unterbreche die ja damals schon keine debatte war und die ja im Grunde genommen auch heute eine null debatte ist dadurch dass wir mit sehr fragwürdigen partnern wie zum beispiel in libyen aber auch mit der türkei so abkommen geschlossen haben dass die gefälligst mal schön alle geflüchteten da nicht nach europa reinlassen sollen sind ja die zahlen wer hätte es gedacht der leute die hier überhaupt noch ankommen ist ja drastisch gesunken die seenothilfe die seenotrettung dieses sophia ding wo auch die deutsche bundeswehr daran beteiligt war findet ja auch nicht mehr statt weil es das ist ja das perverse und entschuldigung für das wort perverse das sollte man in dem zusammenhang vielleicht nicht sagen bigotte perfide wie ich finde widerliche dass es tatsächlich sich selbst konservativ nennende politikerinnen und politiker gibt die sagen das sei ein pull faktor die seenotrettung ist ein pull faktor pull faktor ist neusprech für ja das führt dann ja dazu dass die nach europa flüchten weil sie wissen dass dann ein boot kommt und sie rettet das muss man das muss man mal das muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen an dem Punkt sind wir nachdem wir im letzten sind wir jetzt an einem Punkt wo europäische staaten sagen wir stellen das was man in der seefahrt eh machen muss nämlich Leute in seenot retten das ist ja nicht umsonst quasi ein Prinzip weil es kann ja jedem passieren dass sein Schiff irgendwie mal das macht man jetzt einfach vor allem wenn es sich um ein überbesetztes Schlauchboot handelt kann es passieren ja also wir zeichnen jetzt gerade den Hintergrund vor dem es jetzt nun jüngst in der vergangenen Woche auch den Entwurf des Kabinetts den Gesetzesentwurf für das geordnete Rückkehrgesetz den das Bundeskabinett beschlossen hat gibt also der Boden oder der Hintergrund vor dem das spielt ist das was du gerade geschildert hast sind diese absurden Scheingefechte des Schattenboxen gegen alles was nicht alles was irgendwie zu migrieren scheint Schattenboxen in dem Sinne dass man sich um vermutete vermeintliche Probleme kümmert die es so überhaupt nicht gibt und jedenfalls ist ein man vielleicht nicht so sehr in die Bewertung schon gleich einsteigen aber jedenfalls hat auf Ebene unserer Bundesregierung und das gilt sowohl für die Union als auch für die Sozialdemokraten hat man als ein wichtiges Problem ein wichtiges vermeintliches Problem identifiziert dass ausreisepflichtige Ausländer nicht zu 100% oder jedenfalls nur zu 50% abgeschoben werden man offenbar glaubt der Bundesinnenminister zumal und glauben die Sicherheits Fanatiker dass das ein gesellschaftliches Problem sei es klappt mit den Abschiebungen in der Tat nicht es ist nur ungefähr die Hälfte der Leute bei denen man das versucht werden auch erfolgreich im Sinne von es klappt zurückgeführt also 31.000 gescheiterte Rückführungen in 2018 bei ungefähr 26.000 erfolgreichen Rückführungen haben stattgefunden das ist ein Zustand Zahlen mögen für sich sprechen wenn man das auf 85 Millionen Bürger insgesamt rechnet muss man sich mal überlegen wie relevant das ist dieser Umstand hat in der Bundesregierung die ja nichts besseres zu tun hat zu großen Aktivitäten geführt und eine davon ist das Gesetz das heißt zweites Gesetz zur besseren Durchführung der Ausreisepflicht das ist ein Bündel du möchtest kurz was sagen ich wollte da noch kurz anhaken weil es in meinen Augen passt ich kann das aus meiner eigenen parlamentarischen Erfahrung im Berliner Abgeordnetenhaus sagen dass es tatsächlich innerhalb der CDU und wahrscheinlich auch in der CSU die verfestigte Überzeugung gibt dass dieses Nicht Abschieben von Ausreisepflichtigen eben auch ein Pullfaktor ist ja also diese dieser ich kann mich noch sehr genau und ich habe das in diesem Podcast wahrscheinlich auch schon mal erwähnt an eine Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus erinnern da ging es um einen Winter Abschiebestopp da hat man also gesagt komm Leute lassen wir mal fünf gerade sein und schieben jetzt nicht im Winter bei minus zehn Grad irgendwelche Leute nach weiß ich nicht Albanien Serbien sonst wo ab wo es dann minus 15 Grad ist und wo die dann weiß ich nicht mit dem was sie in der Hand haben rumstehen und ja in dem Land dann genauso wenig klarkommen wie sie in Deutschland eben nicht klar gekommen sind und da stellte sich dann Burkhard Dregger der jetzige Fraktionsvorsitzende der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus man kennt ihn auch dadurch dass er gerne mal in Polizei Uniform bei der Polizei hospitiert dieser Burkhard Dregger stellte sich dann dahin und sagte wenn sich das auf dem Balkan rumspricht das ist jetzt wirklich ein Originalzitat wenn sich das auf dem Balkan rumspricht dass wir im Winter nicht mehr abschieben dann kommen die ja hier alle hin das sind das ist die das ist die Vorstellung das ist die Vorstellung ja und deswegen sind die da so besessen drauf ja wir müssen die alle abschieben Legalitätsprinzip ja und es wird also als wichtige Aufgabe angesehen Leute die ausreisepflichtig sind außer Landes zu schaffen und zwar wirksam ausreisepflichtig sind diejenigen die keinen Aufenthaltstitel haben das sind in der Praxis ist es eine recht gemischte Gruppe von Menschen das sind zum Beispiel diejenigen deren Asylantrag nicht anerkannt wird und deren Duldung ausgelaufen ist das sind aber auch Menschen nicht deutscher Staatsangehörigkeit die hier Straftaten begehen und deshalb ausgewiesen werden zum Teil nachdem sie all das an Sanktionen erhalten haben was ein deutscher Staatsbürger erhalten hat also nachdem sie ein paar Jahre im Knast waren wo der Deutsche dann rauskommt und machen kann was er will im Zweifel wieder neue Straftaten begehen da erfolgt dann die weitere Maßnahme werden sie abgeschoben also Menschen außer Landes zu schaffen die ausreisepflichtig ist weil das ist ein großes Ziel der Unionsfraktion also man kann das Thema zusammenfassen für die ist sehr wichtiges Ziel Leute rauszubekommen aus Deutschland Menschen die wir hier nicht haben wollen so nach diesem Motto dafür also dass dieses bessere Rückkehr Gesetz noch weitere gesetzgeberische Maßnahmen die das begleiten das geordnete Rückkehrgesetz das sogenannte ist ein Gesetzentwurf der das Bundesamt für Migration das Erfolgsamt betrifft wo bestimmte Verfahrens Arten neu geregelt werden und dann aus dem SPD geführten Arbeitsministerium von Hubertus Heil Änderung im Asylbewerber Leistungsgesetz das ist so eine Trias mit der jetzt die wichtige Frage wie kriegen wir Menschen wieder raus aus dem Land geregelt wird und das geordnete Rückkehrer Gesetz das sogenannte sieht also in seinem Kern vor vor allem den Abschiebegewahrsam massiv auszubauen das heißt Leute die abgeschoben werden sollen die immer noch Rechtsbehelfe offen haben dass man die so lange inhaftiert so eine Art Untersuchungshaft für Leute die ausreisepflichtig sind dass man die in Abschiebegewahrsam heißt es nimmt und da sagt Herr Seehofer sagt die CDU bis 2022 machen wir das mal so dann können die auch in normale Haftanstalten in normalen Knasten kommen die halt in Strafhaft und da gibt es so ein paar Feigenblätter die man versucht man kennt das schon von der Sicherungsverwahrung damals hatten wir auch schon drüber gesprochen gibt es so ein paar Feigenblätter dass man sagt die dürfen aber dann irgendwie nach dem Motto die dürfen müssen dann aber nicht nicht aus dasselben Suppenschüssel versorgt werden das ist so beim geordneten Rückkehrer Gesetz ein Kern also Abschiebehaft auch in normalen Haftanstalten das heißt also wer raus muss der der wird so behandelt wie einer der der einer Straftat verdächtig ist beziehungsweise eine begangen hat weitere Regelverschärfungen vor allem für Leute denen die ihre Identität verschleiern oder denen man das jedenfalls vorwirft die dann nämlich sofort zu einer minderen Qualität von Duldung herabgestuft werden und also der Versuch das möglichst weit leichter zu inhaftieren die Voraussetzungen für Haft herabzusetzen diejenigen man schafft eine neue Duldung für Personen mit ungeklärter Identität das sind diejenigen die sagen ich habe keinen Pass mehr und denen man dann vorwirft sie hätten den vernichtet die kriegen dann strikte Wohnsitzauflagen und dürfen und ein Arbeitsverbot die durften vorher wenn sie geduldet waren durften sie wohnen wo sie wollten und durften auch arbeiten zum Teil aber jedenfalls die kriegen nochmal krassere Wohnsitzauflagen und ein Arbeitsverbot mit diesem mit der Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes wird der wird der Satz den Asylbewerber für Lebenshaltungskosten erhalten wird immerhin von 135 auf 150 Euro pro Monat heraufgesetzt und man regelt noch so ein bisschen Zugang zu Sprachkursen sehr komplexe sehr schwierige sehr detaillierte Einzelregeln Regelverschärfungen hier ein bisschen Vorteile dort also den Zugang zu Sprachkursen und ähnlichen bisschen 15 Euro mehr an Regelsatz also ein ziemliches Durcheinander und die große Zielrichtung die Abschiebung zu erleichtern also Ist da denn auch noch drin dass das die quasi Behinderung einer Abschiebung eine Straftat werden soll Das ist wohl raus aber jedenfalls wenn du dich widersetzt dann soll das ein weiterer Haftgrund sein ein Grund für die Abschieberhaft wenn du irgendwas tust und an deiner Ausreise und der Erklärung deines Status nicht richtig mitwirkst dann wird das sanktioniert das ist ja das ist ja schon wieder das ist ja schon wieder so ein bisschen was heißt schon wieder aber das klingt für mich so ein bisschen nach Hexenverbrennung also wir kommen jetzt wir kommen und holen dich ab um dich quasi zu inhaftieren Abschiebehaft und wenn du dich dagegen wehrst ist das ein Grund dich in die Abschiebehaft zu bringen genau das ist ja man wirft diesen Maßnahmen oder der Vorwurf gegen dieses Gesetz gegen die Maßnahmen zur Erleichterung der Abschiebung ist in zwei Punkten besonders massiv und das zu Recht das eine ist eben dieses sogenannte Trennungsgebot dass das verletzt werde nämlich dass man Leute die als Gründen festgesetzt werden die nicht strafrechtlicher Art sind die man also nicht vorwirft kriminell zu sein nicht mit Leuten denen man vorwirft kriminell zu sein in Knast kommen und das hat jetzt nicht irgendwie den Grund dass man die vor bösen Menschen im Knast schützen will sondern dass man die nicht dieser fast unmenschlichen Behandlung die sie im Knast erleiden unterwerfen will wenn sie ja nur ausreisepflichtig sind das ist das ist das eine also Verletzung dieses Trennungsgebotes und das andere ist dass man auch den Grundsatz der dem deutschen Strafrecht zumal innewohnt ist dass man die Selbstbegünstigung privilegiert was heißt das dass wenn ich irgendwas tue um mich selber zu schützen wenn ich zum Beispiel in einem Strafverfahren versuche mich mit einer Lüge zu verteidigen oder aber auch dass wenn ich versuche aus dem Knast auszubrechen und das so mache dass ich da nicht Straftaten anderer Art und Weise begehe zum Beispiel einen Wärter umschieße oder nötige wenn ich es also schaffe ohne Körperverletzung Nötigung und ähnliches aus dem Knast auszubrechen ist dieser Ausbruch aus dem Knast nicht strafbar das ist auch gut so für alle die uns im Knast hören ihr dürft ausbrechen aber ihr dürft natürlich dabei keine Straftaten aber das heißt wenn man jetzt so Ocean's Eleven mäßig so mit verkleiden aufgeklebten Schnurrbärten dann kommen die rein und weiß ich nicht man täuscht eine Krankheit vor dann kommt da der Notarzt der Notarzt sind aber die Buddies ja und also das wäre legal wenn man jetzt ein sehr ausgeklügeltes für denjenigen der selbst inhaftiert ist für der der den Notarzt spielt wäre es illegal weil der bei einem Ausbruch hilft ja der der begeht Beihilfe zur Strafvereitlung zur Vollstreckungsvereitlung aber also einer der einer der Klassiker ist im Grunde genommen gerade bei Besuchssituationen gehst du rein musst du ja den Ausweis also wird so versucht das zu kontrollieren gehst rein besuchst seinen Bruder auch die auch das Justizvollzugspersonal geht zuweilen davon aus dass alle Türken sowieso gleich sind oder alle weiß ich nicht was und auch Murat heißen geht der geht der Bruder Murat rein besucht den Ali gibt dem Murat dem Ali den Ausweis wo Murat drauf steht ähm gibt Murat gibt dem Ali den habe ich gesagt ja gut geht der Ali mit dem Ausweis von Murat raus dann sitzt der Murat natürlich da drin aber wenn der Ali dann draußen ist und sagt der Murat Entschuldigung ich bin ein anderer ja und lassen Sie sich bitte wieder raus ja schon häufiger vollkommen also wie dem auch erzähle ich das selbst Begünstigung ist im Grunde genommen gerade das was man ähm rechtlich jedenfalls nicht sanktioniert und hier jetzt schon und hier jetzt schon ja ähm das ist ein paar von 97% das bedeutet jetzt nicht dass die in jeder Haftanstalt von 100 Betten noch drei frei haben sondern das bedeutet dass sie an vielen Stellen komplett überlastet sind ähm und die sagen ja jetzt sollen wir die dann in Strafhaft nehmen das ist ein völlig unausgegorene eine völlig unausgegorene unrechtswidrige Überlegung und jedenfalls ähm das ganze das Kabinett beschließt es also mit Hubertus Heils äh Aufstockung da und so ein bisschen Verbesserung bei Sprachkursleistungen und sowas beschließt es und Frau Barley äh lässt das natürlich auch durchgehen im Kabinett ne Trennungsgebot verletzt Trennung von Strafhaft und Haft aus anderen Gründen verletzt geht durch ne und ähm das Ganze ähm ist also äh offenbar geschuldet wir gleiten langsam rein in die Bewertung ähm offenbar geschuldet dem Bestreben dass so ein 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 Frieden jedenfalls das Ruhe innerhalb der großen Koalition herrsche dass es jedenfalls keine Auseinandersetzung gibt ähm sodass also diesen diese Kriminalisierung von ausreisepflichtigen Menschen ähm dass der nicht Einhalt geboten wird das ist offenbar einem ich weiß nicht was geschuldet dass sich da also gegen solche Gesetze die kann man die darf man nicht mittragen ähm ähm als sozialdemokratische Justizministerin ähm eigentlich auch als ähm als irgendwie äh der äh ja der Internationalisierung ähm verpflichteter sich verpflichtend fühlender Mensch darf man das nicht mittragen und ähm die eigentliche Problematik meines Erachtens insofern ist wahrscheinlich das Motto hier ähm äh check your allocations ähm das Thema ist überhaupt nicht wie kriegen wir hier irgendwie 20.000, 30.000 Leute mehr raus im Jahr dazu zählen übrigens auch die die nach Afghanistan abgeschoben werden sollen ähm wie kriegen wir die raus wie schaffen wir es dass wir ähm ähm wie kriegen wir Abwanderung hin nein die Frage ist doch einfach wie kriegen wir Einwanderung und Zuwanderung geregelt und die kriegen wir ganz bestimmt nicht dadurch geregelt in wem wir uns darauf konzentrieren dass man 20.000, 30.000 Menschen besser rausschmeißen kann indem man sie vorher noch ordentlich inhaftiert nein es ist also tatsächlich das Thema das Thema verfehlt äh es ist so es ist auch von dem Titel des Gesetzes her schon allein der Name ist so so völlig defensiv so nach dem Motto ähm es läuft irgendwie momentan nicht so gut jetzt müssen wir es irgendwie besser machen ja geordnet Rückkehr das das klingt irgendwie so als sei das als sei das totales Chaos das das macht ergreifungsgesetz der Nazis und ja jetzt kommt hier der Hitlervergleich ähm das hieß ja auch irgendwie Gesetz zur äh wiederherstellung von Recht und Ordnung im Deutschen Reich oder so also so ungefähr hieß es ja und als wäre da jetzt äh als würde es da drunter und drüber gehen also man kann sagen also ich kann das nochmal aus der eigenen Praxis äh äh sagen weil das Thema Abschiebung hat mich im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses häufiger beschäftigt und das was ich nie verstanden habe nie ist dass in meinen Augen die ganze Bürokratie um diese Abschiebung herum in ganz 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 klarem Nutz äh ganz ganz klarem Widerspruch zu dem Nutzen zu dem vermeintlichen Nutzen steht den man sich von so einer Abschiebung erhofft es werden ja also es gibt Widerspruchsmöglichkeiten dann werden ärztliche Gutachten eingeholt dann gibt es eine Härtefallkommission der ehemalige äh Innensenator Berlins ich weiß nicht ob ihr noch wisst wie er heißt Frank Henkel unser Mann in Hollywood ähm Frank Henkel äh hat auf diese Härtefallkommission nie gehört der jetzige äh Innensenator Andreas Geisel hat diese Politik geändert und hört auf seine Härtefallkommission also die Härtefallkommission ist eine die sich eben anguckt ja okay eigentlich ist diese Person ausreisepflichtig ja aber gibt es denn jetzt Gründe die dagegen sprechen weiß ich nicht zum Beispiel dass du seit drei Jahren seine vier Kinder hier zur Schule gehen ja ungefähr so oder äh dass die Person ein oder er studiert hat und äh jeden Tag zur Dialyse muss und ob es jetzt irgendwie so clever ist diese Person dann da abzuschieben ähm das ist also von den Fällen die dann da politisch diskutiert wurden das sind ist natürlich die Spitze des Eisberges die besonders krassen Fälle aber da war mir jetzt kein Fall bekannt wo ich den Eindruck hatte wow diese ganze Arbeit die dort gemacht worden ist äh dieser ganze Hassel der da gemacht worden ist der steht aber jetzt wunderbar in Relation zu dem Ziel wo man die Sicherheit im Lande fördert dass man diesen schwerst bewaffneten ähm Massenvergewaltiger ähm ja es ist ja Quatsch es sind nämlich nicht schwerst bewaffnete Massenvergewaltiger sondern es sind irgendwelche Leute die aus irgendwelchen Gründen jetzt hier sind und aus noch irgendwelchen absurderen Gründen keine ähm äh keine keinen Aufenthaltsstatus kriegen und was ist der Hintergrund ja die wahrscheinlich sofort einen Aufenthaltsstatus kriegen würden wenn sie die Kohle hätten um sich dann eine ordentliche Kanzlei zu äh leisten die dann da weiß ich nicht beim Ausländer ja der Wind wird da schärfer wie mir die Kollegen im Ausländerrecht sagen also der seit Köln so sagen äh ihr Kollegen und Kolleginnen Silvester in Köln ja so sagen ihr seid Köln ähm weht ein äh rauerer Wind was eigentlich fast ein Euphemismus ist ähm ist dieses wo man sich sonst so bei äh Anhörungen äh dass jetzt mal langsam die äh Ausreise anstehen soll ähm früher noch zurücklehnen konnte ähm wird das also wohl offenbar jetzt praktisch äh verschärft so ähm was äh also ich will es noch ein bisschen weiter differenzieren wenn es ähm es gibt äh die Ausreisepflicht es gibt Regelungen dazu wer berechtigt sich in der Bundesrepublik aufhalten darf und es gibt den Grundsatz dass wer kein Recht hat sich aufzuhalten dass diese Ausreisepflicht vollzogen wird und die Vollziehung der Ausreisepflicht ist die Abschiebung das gibt es das ist gesetzlich vorgesehen ähm da kann man äh rechtlich so gesehen nichts gegen sagen das ist halt Gesetz das ist auch insofern müssen wir das akzeptieren als zunächst einmal aber der Umstand dass das so ist ist ja das ist so dass die dass die Auswahl dass die Abschiebung überhaupt ein so großes Thema ist ist der Tatsache geschuldet dass es weiterhin keine Möglichkeiten in ausreichendem Maße gibt in dieses Land legal reinzukommen von außerhalb der Europäischen Union und in diesem konkreten Fall wird hier wieder so ein bis in kleinste Details bis zu den 15 Euro und Sprachkursregelung gehendes Gesetzespaket verabschiedet verabschiedet aber kein Einwanderungsgesetz aber kein Einwanderungsgesetz ist noch schlimmer dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz wir sprachen darüber ja mehrfach steckt im Gesetzgebungsverfahren weil die Union sich weigert das zu verabschieden bis nicht wiederum andere abschieberelevante Regelungen in Kraft getreten sind das ist ein Zustand der sehr schwer erträglich ist das Ganze geschieht jetzt fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit also unter jedenfalls relativem Ausschluss der Öffentlichkeit wir werden leider noch nicht von einer Million Menschen gehört Riesentheater ja genau nicht dass wir den Ausschluss der Öffentlichkeit total aufheben aber wenn man im Vergleich zu dem Riesentheater das vor einem Jahr war mit Anker thematisiert ist es jetzt kaum ein Thema mehr auch weil die CDU CSU wohl gemerkt hat dass man damit mit dieser AfD Politik tatsächlich bei den bürgerlichen Wählern und da sind sie ja meistens noch keinen Blumentopf gewinnt ist es jetzt auch so ein bisschen niedrig gekocht aber trotzdem auch wenn man es nicht mehr jeden Tag hört dieser Mist geht genauso weiter genau so weiter wie letztes Jahr versucht wird das Ganze irgendwie so zu verschärfen und sich um die wirklich drängende und wichtige Frage die unter anderem sich konkretisieren lässt wer will denn eigentlich hier im Krankenhaus nachts aufpassen wenn wir intubiert sind in 25 Jahren nicht kümmert nämlich die Frage und noch viele andere Fragen die mit Migration zusammenhängen nämlich die Frage wie wollen wir es denn nun machen wen lassen wir denn jetzt hier rein und wie gehen wir denn mit diesen Leuten um und vielleicht jetzt also die die Syrer die zu uns gekommen sind das ist ja nun auch schon bei vielen ist es vier bis fünf Jahre her dass die aufgrund des schrecklichen Krieges in ihrem Heimatland hierher gekommen sind und die jetzt dann Studien angefangen haben dass man sich da sagt also auch dieser Spurwechsel und diese ganzen Geschichten dass man sich das mal über dass man sich dieser Frage widmet und nicht dieser erbärmlichen Frage wie schaffen man es denn dass man jetzt hier irgendwie die Abschiebequote erhöhen von bezogen auf 30.000 Leute wie gesagt das gibt es Abschiebungen muss man sich auch drum kümmern aber doch bitte in der gebotenen Art und Weise in dem gebotenen Umfang dass man sich erstmal den wichtigen Fragen widmet oder da irgendwie so ein Unterabteilungs Fuzzi der soll da mal ein bisschen dran rumschrauben und der Referendar im Innenministerium ein Problem mit diesem ganzen Abschiebethema ist ja dass es darum geht um eine Sache geht wo wir schon bei einer letzten Folge bemerkt haben ist es eigentlich immer falsch wenn man das als Begründung benutzt um sein Handeln zu rechtfertigen nämlich da scheint es vielen Politikerinnen und Politikern in der Union ums Prinzip zu gehen also man guckt weg vom Einzelfall oder von der Gesamtsituation und sagt es geht ums Prinzip du hast vollkommen recht mit dem Hinweis darauf naja das sind halt geltende Gesetze und die müssen ja auch irgendwie umgesetzt werden gleichzeitig jetzt kommt wieder die Nazikeule von mir die Enteignung und Deportation von Jüdinnen und Juden aus Deutschland das war alles ganz genau geregelt da gab es sogar für die SS oder SA Leute die dann diese Häuser geräumt haben und die Leute zum Bahnhof gebracht haben ganz genaue Verhaltens regeln weil die Nazis eben nicht wollten dass es da irgendwie groß die Leute das mitbekommen oder dass es da jetzt irgendwie große Dramen gibt und so sondern das sollte alles ruhig zacki zacki im Morgengrauen laufen es war auch legal ich glaube nur trotzdem dass wenn man wenn man Ausreisepflicht für Nichtdeutsche abschaffen möchte und auch eine Vollziehung der Ausreisepflicht sprich wenn man Ausreisepflicht und Abschiebung abschaffen möchte glaube ich dennoch dass man in der heute gegebenen Situation den politischen Weg gehen muss dass man nicht sagen kann ja natürlich nicht anders als bei dem Beispiel aus den Jahren zwischen 1933 und 1945 da wird man nicht so einfach sagen können Mensch da müsste man doch vielleicht auf politischem Wege die Rechtslage ändern ich wollte nur an einem sehr drastischen Beispiel betonen nur weil etwas legal ist heißt das noch lange nicht dass es irgendwie richtig ist ich glaube nur nicht dass das hier das zentrale Problem ist also die Abschiebung als solches das kann man und muss man sicher hinterfragen ob das noch ein sinnvolles Instrument in heutiger Zeit ist oder ob man sagt hier wir behandeln wir behandeln einen Türken behandeln wir genauso wie einen Deutschen ein Türke der hier fünf Jahre lebt behandeln wir genauso wie einen Deutschen das kann man sich durchaus fragen ich glaube nur nicht dass das das große Problem ist das große Problem ist nicht dass hier irgendwie 30.000 Leute abgeschoben werden sollen sondern das Problem ist dass das das ist nicht das Problem ja das Problem ist dass es nicht das Problem ist damit da gehe ich ja auch voll da gehe ich ja auch voll mit nur beziehungsweise vielleicht reden wir auch ein bisschen aneinander vorbei ich weiß es nicht ich will darauf ich will einfach darauf hinaus dass die ich will einfach scheiße jetzt bin ich auch raus ich will einfach darauf hinaus dass man das schon hinterfragen kann dieses ganze System also mal unabhängig davon dass du genau sagst es ist nicht das Problem und jetzt kommt mein aber aber wenn man sich diesen ganzen Apparat anguckt wie viele Leute in den einzelnen Bundesländern daran beteiligt sind die paar tausend Leute irgendwie abzuschieben und wenn man deren ganze Arbeit sag ich mal in etwas Positives in die Zukunft gerichtetes lenken würde dann würde man auch für weiß ich nicht in meinen Augen einen Großteil der Leute die dort abgeschoben werden sollen eine Perspektive schaffen von der dann auch irgendwie alle profitieren würden also ich kenne das nur jeder kennt mittlerweile irgendwie diese Geschichten Handwerksbetriebe in Deutschland die keine Auszubildenden mehr finden Bäckereien die am Wochenende zumachen weil sie keinen Lehrling mehr haben oder irgendwie so womit ich Menschen die hier hinkommen nicht auf die Arbeit reduzieren möchte die sie hier verrichten können aber es ist zumindest wie du es an dem Pflegebeispiel gesagt hast evident dass natürlich unsere Gesellschaft überaltert die Wahrscheinlichkeit dass das in Zukunft alles von Robotern gemacht wird auch relativ gering ist und dann nun mal die Frage ist ja wer soll es denn machen hast du ja auch schon irgendwie gesagt und im Moment tun wir nichts dafür so ganz schade im Gegenteil obendrein noch weil mit einer Forcierung von Abschiebungen zum Beispiel mit einer Forcierung von Abschiebungen also dem was ist das Gegenteil von Willkommen also nicht der Willkommen sondern Abschiebekultur der Abschiebekultur wird man das ist auch nicht das rechte Mittel um Menschen hier herzu locken ja einen Anreiz zu setzen für Menschen hier die selbst ein CSU Hansel hier haben möchte es ist kein Anreiz dafür die hierher zu locken weil das merkt sich auch der indische Arzt der in Oxford studiert hat merkt sich wenn ich hier mal irgendwie betrunken Auto fahre muss ich damit rechnen dass ich abgeschoben werde das ist ganz ganz schlecht das ist das Gegenteil von Willkommenskultur das ist nämlich Abschiebekultur und also ich bin da da sind wir sehr nah beieinander das ist glaube ich eine eher theoretische Diskrepanz ob man nun jetzt hier die Abschiebung ganz abschafft oder nicht wie gesagt meines Erachtens jedenfalls nicht oder nicht das aktuelle Problem die Frage ist wie geht man denn damit um und was mich wundert ist dass oder wundert weiß ich gar nicht jedenfalls geht ganz offensichtlich ja auch die sozialdemokratische Partei Deutschlands davon aus dass sie mit einer Stärkung von ich nenne das mal zur Vereinfachung Willkommenskultur nichts gewinnen kann und das wundert mich so ein bisschen dass die nicht dass man jetzt nicht in der Verzweiflung man hat keine Themen Dr. Merkel hat sie völlig aus den Sozialthemen raus gedrängt weil also das ist weitgehend abgearbeitet überhaupt keine Themen sie sagen zu machen mit und machen selbst bei diesem Thema wo man wirklich einen ganz klaren wichtigen Akzent setzen könnte und es gibt eigentlich nur zwei Themen die mir bekannt sind deshalb gibt es nur zwei wo man so klare Akzente aktuell setzen kann das ist Umwelt slash Klima und das ist Migration Wanderung und das tut sie nicht meinst du die haben Angst davor ja okay ja die haben also erstens fragt mich nichts zur SPD zweitens beantworte ich dir die Frage sehr gerne nein die sind natürlich die sind natürlich irgendwie komplett durch also anders kann ich das nicht anders kann ich das nicht formulieren und vor allen Dingen unterschätze nicht wie konservativ die SPD dann bei solchen Sachen ist das ist das Problem das Problem ist die diese Schere im Kopf die haben dann selber schissende Büchse die imaginieren sich dann irgendeinen weiß ich nicht konservativen leicht rechts angehauchten SPD Wähler ja also der zwar irgendwie rechts ist aber dem halt die sozialen Themen wichtiger sind als dass man jetzt auf Ausländer drischt ja und dann haben die jetzt Angst davor dass dieser potenzielle Wähler oder ehemalige SPD Wähler jetzt nicht mehr die SPD wählt weil sie so eine ausländerfreundliche Politik machen oder so das ist aber total das ist aber so ein total virtuelles Argument weil die sich diesen potenziellen Wähler ja nur imaginieren die imaginieren also statt einfach zu sagen ja ich finde das eigentlich schon gut und richtig dass wir das so machen imaginiert man sich so einen Grund weswegen man das so machen muss jetzt bräuchten wieder die tiefen psychologisch arbeitende tiefen psychologin die uns erklärt wie das psychologische fachwort ist man externalisiert also quasi den 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 druck oder den zwang das so entscheiden zu müssen oder man imaginiert sich einen zwang das so zu entscheiden statt zu sagen ja irgendwie so ein bisschen habe ich auch was gegen ausländer irgendwie sollte man die schon abschieben und so statt sowas zu sagen sagt man einfach ja wir müssen da ja auch auf die befindlichkeiten der leute rücksicht nehmen und wir müssen sehen das wird ja auch gewollt und so ich glaube ohne da jetzt irgendeine konkrete statistik zu können aber ich glaube dass den leuten so themen wie mieteklima und weiß ich nicht zukunft der arbeit zehntausend mal wichtiger sind als jetzt konkret darüber zu reden ja was denn jetzt was denn jetzt mit diesen Leuten passiert die abgeschoben werden sollen auch offenbar die große angst davor wähler zu verlieren die man gar nicht hat ja genau man imaginiert sich irgend so einen komischen wähler oder eine wie auch immer geartete öffentliche meinung und nimmt die dann als grundlage seines handelns man könnte aber auch sich natürlich eine total andere öffentliche meinung imaginieren man könnte sich auch sagen boah wenn wir jetzt einen mindestlohn von 15 euro fordern ja dann finden das ja alle leute total geil so weit geht man aber nicht weil man sagt ja nee das erlaubt ja nicht der haushalt das kriegen wir medial nicht verkauft ja so so sind dann da ungefähr an den inhalten orientiert ja so ungefähr sind dann die ja ich glaube die die grünen sitzen da nur so ein bisschen im hintergrund tun hier mal eine prise salz dran und da etwas muskatnuss und freuen sich aber jedenfalls habe ich nicht den Eindruck dass sie mit diesem ausländerfeindlichen letztlich nämlich ausländerfeindlichen Zustimmungsverhalten zu irgendwelchen absurden Abschiebegesetzen die verabschiedet werden bevor man sich mal die Frage gestellt hat was machen mit denen die herkommen und hier bleiben sollen ich glaube nicht dass die grünen da so zustimmen würden wie es die SPD aktuell tut ja glaube ich schon glaube ich schon also ich versuche es zu verlinken wenn ich mich daran erinnere es gab in der taz einen sehr schönen Artikel über ähm äh es gab in der taz einen über was die grünen so erzählen und was die grünen dann tatsächlich machen und das sprach auch bände sinngemäß ging es darum ja robert habeck und die leute die da vorne stehen die reden machen schön viel wohlfühl politik so und klimaschützen und lalala aber wenn es dann konkret in den bundesländern schieben die auch ab ja gut dass die auch abschieben wie gesagt dann kommen so die imaginierten sachzwänge aber das sieht man ja auch hier bei dem kretschmann kretschmann oder kretschmehr ich glaube in baden-württemberg da ist kretschmann kretschmann ja kretschmehr ist diese ja ja das ist dieser mensch aus sachsen-anhalt dass der natürlich jetzt auch nicht Audi und wie sie da alle heißen sagt nee pass mal auf also verbrennungsmotor könnte er knicken und so macht er natürlich auch nicht ja ein bisschen realpolitik finde ich auch durchaus ganz gut aber nicht unbedingt da in baden-württemberg das ist ja auch kein richtig also ein baden-württembergischer grüner ministerpräsident das ist ja auch mehr so eine formale geschichte mit den grünen würde ich mal sagen aber fassen wir zusammen äußerst unschönes Thema ja man muss sich der Zuwanderung bevor man sich darum kümmert wie man die Leute rein rausschmeißt jetzt verwechsel ich das auch schon bevor man sich darum kümmert wie man die Leute rausschmeißt sollte man sich mal überlegen wie man die Leute behandelt die kommen sollen und die da sind so gut werden wir wahrscheinlich nicht geklärt bekommen bevor wir nicht eine eigene Partei gründen so dann haben wir jetzt relativ viel von unserer Liste der Dinge die wir machen wollten abgearbeitet ich wollte noch jetzt einmal kurz so gegen Ende wir hatten noch welche Universität war das wir hatten eine Studie die sich damit beschäftigte dass Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland vor allen Dingen danach benoten wie die Schülerinnen und Schüler mit Vornamen heißen ja das ist eine Studie schon aus dem Jahr 2018 Mitte 2018 die jetzt jemand nochmal erwähnt hat ich glaube die ist jetzt veröffentlicht worden oder nein es gibt eine Presseerklärung vom 23. Juli 2018 die auf die Studie hinweist okay dann hat das niemanden interessiert der also uns beide nicht und damit niemanden der am Lehrstuhl für pädagogische Psychologie der Universität Mannheim wurde diese Studie durchgeführt es gibt ja schon das ist ja auch so allgemein bekannt Studien die Bewerbungsunterlagen geprüft geprüft haben welche Auswirkungen es hat bei Bewerbungsunterlagen ob die bei identischer Qualifikation und identischem Anschreiben also ob identische Bewerbungsunterlagen jeweils mit ausländischen beziehungsweise nicht ausländisch anmutenden Namen ob die unterschiedliche Ergebnisse herbeiführen und siehe da wenn also bei völlig identischer Bewerbung mit von Adriana Adriana ist ein schlechtes Beispiel von Claudia Schmitz und identisch Bewerbung von Aisha Al-Sabin super Beispiel jedenfalls also wenn der Ausländische der Rücklauf Podcast so ich studiere genau gegen Frauenfoto mit deutschem Namen Frauenfoto mit türkischem Namen Frauenfoto mit türkischem Namen und Kopftuch so und die mit türkischem Namen und Kopftuch hat die wenigsten Einladungen bekommen und dieselbe Frau ja mit deutschem Namen ohne Kopftuch hat die meisten Einladungen ja und es war wahrscheinlich nicht als Mützenmodel oder so wie bitte es war wahrscheinlich nicht um ging nicht um einen Job als Mützenmodel oder weiß es ging nicht um einen Job als Mützenmodel und so also jedenfalls bei mit anderen Worten Ergebnis jener Studie der Name und die damit vermutete ausländische Herkunft entscheidet hat signifikante Auswirkungen auf den Erfolg der Bewerbung so und jetzt diese neue Studie zeigt dass Grundschulkinder mit ausländischen Wurzeln also so vermeintlich durch den Namen suggerierten ausländischen Wurzeln von im Fach Deutsch von bei Diktaten angehenden Lehrkräften schlechter benotet werden und man hat da in der Tat Diktate diesen angehenden Lehrkräften zur Benotung vorgelegt die eine identische Zahl von Fehlern und identische Fehler aufwiesen ja und es hat sich gezeigt wenn da einer Max heißt wird tendenziell und signifikant besser bewertet als wenn er Murat heißt und das wird zitiert also im Fach Deutsch also Vorurteil da offenbar so gefasst dass dass es sich im Fach Deutsch auswirkt und es gab diese Studie die wird zitiert von den Leuten die diese Studie fürs Fach Deutsch gemacht haben auch noch bei Mathe Noten da waren Gymnasiasten regelmäßig auf ihre Mathe Kenntnisse geprüft worden und es kam heraus dass die bei gleicher Fähigkeit unterschiedlich nämlich die mit Migrationshintergrund schlechter bewertet wurden als die ohne und hier wird auch noch und das finde ich ganz witzig oder was witzig wichtig weil es hier in der Pressemitteilung noch drin steht dass bei gleicher Sprachfertigkeit und sozialer Herkunft das heißt das waren jetzt diese Kinder oder Jugendlichen in dieser Gymnasialstudie hatten sogar noch die gleiche soziale Herkunft was ja auch nicht unerheblich ist also wenn dann da so ein deutsches Lehrerkind gegen weiß ich nicht bist nur über irgend so ein Stipendium an das Gymnasium gekommen oder so das ist schon sehr bemerkenswert ja und das eben auch also Vorurteile sind sicher nie gut also Vorurteile im negativen Sinne aber sagen wir mal etwas es ist ein geringfügig schlüssigeres Vorurteil dass du sagst Migrantenkinder können schlechter Deutsch als das Vorurteil dass Migrantenkinder schlechter Mathe können weil also Mathe ist ja ach so du meinst du willst wenn du wenn du dich in diese Logik ich habe Vorurteile über Migranten hineinbegibst dass du sagst okay dann erwartest du eigentlich nicht dass Mathelehrer auch noch Vorurteile es muss an was anderem liegen offensichtlich will ich damit Schluss folgern und ja das ist das was auch die tiefen psychologisch fundiert haben eine psychotherapeut was glaube ich psychologen den fundamentalen attributionsfehler nennen also du überbewertest völlig und falsch situationsbezogene Umstände sprich wie heißt das Kind Murat oder Max gegenüber den tatsächlich ausschlaggebenden eigenschaftsbezogenen Faktoren wie was kann das Kind also das ist so dasselbe Phänomen wie man irgendwie gut aussehende Leute für klüger und sympathischer hält als Schatz Die kriegen vor Gericht auch geringere Strafen gut aussehende Menschen vor Gericht geringere Strafen also dass man sich das Leben vereinfacht mit Vorurteilen okay da kann man bei manchen Dingen nicht helfen also dass du sagst bei dem Thema hier könnte man ja sehr einfach helfen indem man einfach die Klassenarbeiten anonymisiert also das wäre jetzt das einfachste von der Welt wenn man da einen Zwischenschritt einführt durch eine zweite Person die dann den Namen bei jeder Arbeit einfach eine Zahl zuordnet und dann korrigiert man nicht mehr das Diktat von Murat sondern dann korrigiert man das Diktat von der Nummer 12 ja und dann bist du nämlich schon also dann wird es wahrscheinlich auch noch Vorurteile aufgrund des Schriftbildes oder sonst irgendwas geben ja aber ich hoffe zumindest dass die dann deutlich geringer sind als die Vorurteile aufgrund des Namens oder der Person das wären so erste Schritte also was zum Beispiel Bewerbungen angeht ist es ja durchaus also jedenfalls in den Vereinigten Staaten so dass was du machen kannst um deine Bewerbung garantiert zum Misserfolg zu verhelfen ist dass du ein Foto beilegst und das müsste eigentlich hier von vornherein außer vielleicht für solche Jobs bei denen es tatsächlich also wie zum Beispiel männliche oder weibliche Models da finde ich schon kann man aufs Aussehen sollte man aufs Aussehen du wirst aber aber das ist auch nicht die Problematik für eine Firma indem du denen einen Bewerbung schießt völlig richtig das war jetzt auch nicht da flossen meine Gedanken so dahin und ich ließ sie treiben was aber es war Sprechdenken und das soll nicht sein jedenfalls ist das natürlich eine Symptombekämpfung muss man mit anfangen dass man sagt okay dann wird es hier halt anonymisiert ja so eine Grundschule mit 20 Schülern schwierig aber jedenfalls Symptombekämpfung das eine aber sich auch ein paar ja Ursachenbekämpfung vielleicht das andere solche Ursachen bekämpft man nicht indem man Ausländer stigmatisiert wie es die CDU-Regierung mit dem Zuwanderungsgesetz mit dem besser schneller Rausschmeißgesetz Piss-off Gesetz Piss-off-Act macht sondern das schafft man indem man sich vergegenwärtigt dass es sich um Menschen wie du und ich handelt so das ist eine was mir bei solchen Studien immer gleichzeitig zusätzlich das Herz bricht ist der Umstand dass die mit Grundschulen mit Universitäten mit Bewerbungen für Bürojobs gemacht werden dass die Justiz überhaupt nicht auf die Idee kommt sich mal selbst zu evaluieren sei es in simpelsten Fragen wie zum Beispiel machen wir eigentlich alles richtig bei der Befragung von Zeugen bis zu komplexeren Fragen behandeln wir eigentlich Ausländer vielleicht schlechter als Leute die deutsch sind also die Evaluations Evaluierungsfeindlichkeit der Justiz fällt mir dabei wieder ein bericht mir werde ich immer jedes Mal neidisch wenn ich sehe dass auch bescheidene Studien die in anderen Orts gemacht werden allerdings muss man dazu sagen ich bin so ein bisschen wie soll man sagen also es spricht ja schon Bände dass es ein halbes Jahr oder länger als ein halbes Jahr brauchte bis diese Pressemitteilung der Universität Mannheim es auf Twitter schaffte ich kann mich nicht daran erinnern dass das im letzten Jahr im Juli in irgendeiner Form groß thematisiert worden wäre obwohl es im Sommerloch war ich bin also etwas pessimistisch wenn es darum geht dass diese Erkenntnisse dann auch mal schleunigst in den Schulalltag umgesetzt werden weil ich finde was ich daran tatsächlich schlimm finde ist ich meine bei so Sachen wie Bewerbungen wenn du wenn dich dein Arbeitgeber aufgrund eines ausländisch klingenden Namens nicht einlädt zum Vorstellungsgespräch dann willst du bei dem vielleicht auch nicht arbeiten also wenn du irgendwie das Gefühl hast also wenn weiß ich nicht ein ausländisch klingender Name für einen Arbeitgeber schon Ausschlussgrund ist dann kannst du dir ungefähr denken wie der so drauf ist und dann ist das vielleicht auch nicht so das Arbeitsklima auf das man Lust hat womit ich das jetzt nicht rechtfertigen will oder schön reden will das ist schlimm genug aber das Schlimme ist so platt das jetzt klingt da geht es ja um die Zukunft dieser jungen Leute und wenn du bei gleicher Leistung ich meine das ist ein Problem das kennen Frauen auch wenn du bei gleicher Leistung schlechtere Zensuren bekommst nur aufgrund deines Namens und dann also eben in diese Schublade geschoben wirst du bist ja eh nur so ein dummes Migrantenkind oder so das ist schon ziemlich bitter also das ist schon ziemlich bitter dass da Leuten dann möglicherweise die Zukunft verbaut wird nur weil sie eben Murat heißen und nicht Max und das ist schon ziemlich krass und die Frage die ich mir da stelle ist tatsächlich warum es politisch nicht in irgendeiner Form Konsequenz gegeben hat das hätte man ja mal zum Anlass nehmen können zumindest in irgendeinem Bundesland um zu sagen unsere Diktate Klausuren Klassen Arbeiten Tests die finden alle nur noch anonymisiert statt So muss es ja laufen wenn man sich ausschließlich darauf kapriziert die Ursachen zu bekämpfen so ein bisschen wie mit den Fluchtursachen das könnt ihr alle machen dann sprechen wir uns in 70 Jahren wieder vielleicht habt ihr Erfolg vielleicht nicht auch hier ist es dringend geboten dann die Symptome wie du ja völlig richtig sagst zu bekämpfen und da schleunigst einzugreifen 22,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland weisen einen Migrationshintergrund auf das heißt wenn man es nicht tut weil man es einsieht dann muss man es jedenfalls ändern weil man ansonsten ein Problem in dieser Gesellschaft bekommt unter dem man selber leiden wird weil das geht ja auf Dauer auch nicht gut aus egoistischen Motiven allein schon allein schon regeln und verbessern natürlich erst recht aus humanistischen aber das kann man ja ist man ja selber manchmal nicht so richtig drauf für humanistische es verfestigen sich natürlich dann auch in diesen Gruppen ja Vorurteile wäre jetzt das falsche Wort weil man kann es ja jetzt sogar wissenschaftlich begründen aber das provoziert natürlich in gleicher Weise in diesen Gruppen Reaktionen auf die Gesellschaft also wenn ich jetzt wüsste dass ich aufgrund meines Vornamens eh immer beschissener behandelt werde würde ich mir ja auch so denken ey was ist denn das für ein scheiß Staat ja was soll ich denn hier eigentlich und das sind ja Leute die hier geboren sind das sind ja auch Deutsche so ja das sind auch Deutsche Leute mit dem deutschen Pass bei den selben Fehlern anders bewertet ziemlich krass ziemlich krass ja gut jetzt wäre die Frage möchtest du noch über das Böhmermann Verfahren reden lieber Ulrich ne ich schieße mal die Zahl der Woche raus schieß die Zahl der Woche ja sie lautet 9 millionen 58 1621 und was ist das ja das ist die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage erhoben gegen Herrn Martin Winterkorn Dr. Winterkorn Dr. Martin Winterkorn wegen des Vorwurfs eines Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb das ist nicht der Hauptvorwurf wegen besonders schweren Betruges und Untreue und der Vorwurf also Einklage erhoben und der Vorwurf lautet in tatsächlicher Hinsicht dass also insgesamt mit Blick auf 9 1.858.621 Fahrzeuge die in Wahrheit nicht zulassungsfähig waren diese in den Verkehr gebracht wurden durch den Volkswagen Konzern und offensiv und wahrheitswidrig als besonders schadstoffarm und umweltfreundlich beworben wurden und ja Anklage erhoben fast es sieht fast so aus als hätte die Staatsanwaltschaft mit wenig nichts über die Erfolgsaussichten sagen es wird immer in diesem Verfahren daran hängen ob denn sich nachweisen lässt dass er informiert dass die Beschuldigten die Angeschuldigten sind es inzwischen dass die informiert waren das ist der Kasus Knaktus in diesem Verfahren aber jedenfalls also ob verurteilt wird weiß man natürlich nicht bis dahin gilt die Unschuldsvermutung damit es mal klar ist nur sieht es so aus als als habe die Staatsanwaltschaft Braunschweig hier eine recht solide Arbeit hingelegt jedenfalls hat sie eine Presseerklärung herausgegeben die als Muster für staatsanwaltschaftliche Presseerklärungen dienen sollte sie sagt also hier Dr. Martin Winterkorn den nennt sie auch in ihrer Presseerklärung das ist auch völlig dürfte auch legitim sein weil das sowieso jeder mitkriegt und weil das interessant ist die anderen vier oder fünf Mitbeschuldigten Angeschuldigten inzwischen nennt sie nicht schützt die auch einigermaßen ich habe eine Frage könnte man den dann nicht auch wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung dafür müsste man mal in die insgesamt 75.000 Seiten Akten schauen die sind jetzt nicht nee okay Entschuldigung also Dr. Martin Winterkorn wird genannt die anderen Mitangeklagten nicht sehr mustergültig sehr schöne Arbeit der Staatsanwaltschaft in ihrer Presseerklärung ich kann kaum glauben dass sie das selber gemacht haben werde ja werde richtig neidisch weil das was die Staatsanwaltschaft Berlin zum Beispiel da teilweise raushaut ist bodenlos im Gegensatz dazu ja also da wird es ein interessantes Strafverfahren wahrscheinlich geben vielleicht aber jetzt was hat Martin Winterkorn zu befürchten Freiheitsstrafe bis zu 10 Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren im Falle der Verurteilung die werden sich ja doch vergleichen oder Vergleich ist natürlich eine zivilrechtliche Angelegenheit in dem Parteien untereinander einen Ausgleich schaffen im Strafverfahren haben wir keinen Parteiprozess da heißt der Vergleich Deal ja ich wollte Uli Hoeneß ja Uli Hoeneß das hat doch damals das war doch fand ich sehr bemerkenswert da sind die dann irgendwie diese diese Sachen da durchgegangen die wohl irgendwie in einem tatsächlich in einem Schuhkarton irgendwie drin waren oder so also sehr komisch auf jeden Fall sind sie dann so seine hinterzogenen Steuern durchgegangen und dann hat der Richter irgendwie gesagt ja das sind dann ja jetzt so 27 Millionen Euro dann haben die ganz schnell gesagt ja ja das würden wir dann auch bezahlen und dann war der Prozess irgendwie ganz schnell vorbei ja das war das Hoeneß Verfahren das war kein Deal im formalen Sinne da gab es hat der wirklich sehr erfahrene Kollege der den Uli Hoeneß verteidigt hat der hat irgendwie hat der das hingekriegt dass die wahrscheinlich durch ein eine Microexpression hingekriegt dass die da die Hosen runtergelassen haben und eine angesichts der Schadenssumme extrem milde Bestrafung bei rauskam nämlich glaube ich dreieinhalb Jahre für eine Hinterziehungssumme von 27 oder wenn man es anders rechnet über 50 Millionen Euro das war noch nicht mal ein Deal das haben die einfach irgendwie so hingekriegt ansonsten ist der Deal technisch heißt es Verständigung im Strafverfahren ist dass man irgendwann im Verfahren wenn man merkt so richtig kriegen wir das hier nicht hin den zu verurteilen aber so richtig unschuldig oder die Verteidigung sieht das könnte jetzt aber eng werden zünden wir mal noch fünf Monate lang ein paar Nebelkerzen dann werden sie schon mit uns hier besprechen wollen also wenn es wie auch immer eng wird für wen auch immer dann kann man eine Verständigung treffen zwischen Gericht Staatsanwalt und dann an Beschuldigten sagen wir mal und ja da kann dann es soll immer ein Geständnis geben da sehe ich Herrn Dr. Winterkorn nicht so richtig bestimmt kein ganz einfacher Mandant ich kenne eine Martin Winterkorn Anekdote die mir mal jemand erzählt hat der wohl da in diesen Kreisen zu Grün hatte Martin Winterkorns Reaktion auf den Tesla muss wohl die gewesen sein dass er seine Ingenieure bei Audi angemotzt hat warum haben wir so weiß nicht und das hat niemand gesagt aber die Reaktion der Audi Ingenieure als Martin Winterkorn dann weg war muss wohl gewesen sein ja tolle wo es hätte es uns mal einfach zwei Milliarden Euro gegeben dann hätten mir die auch so einen Scheiß gebaut aber das sagt wie ich finde sagt das viel über die Kultur in diesem Konzern aus sollte das stimmen oh ja der war glaube ich also ich glaube Martin Winterkorn Ferndiagnose könnte eine ziemlich beratungsresistente Gestalt sein zeigt sich schon daran dass er in voll laufendem Strafverfahren wo er also wirklich gar nichts sagen muss und zwar niemandem dass er da reinrennt in den ich glaube Untersuchungsausschuss des wahrscheinlich Deutschen Bundestages des Deutschen Bundestages glaube ich von der jedenfalls lässt er sich vor einem Untersuchungsausschuss oder einer anderen ich glaube einen Untersuchungsausschuss lässt er sich vernehmen obwohl er jedes Recht hat zu schweigen und obwohl ihm wahrscheinlich auch sein Strafverteidiger Team gesagt haben sag lieber nichts bitte Herr Dr. Winterkorn und er dann wahrscheinlich so die Ferndiagnose weiter gesagt hat naja ich weiß schon was gut und richtig ist das kann doch nicht sein komm lass mich ganz ruhig ich sag da ein paar Sachen dann ist das alles geklärt Sie haben nicht 30 Jahre in der Automobilindustrie einen Weltkonzern gelenkt ich und dann ist er da reingegangen war wahrscheinlich auch nicht gut also es geht hier tatsächlich um die Frage ist er informiert worden es gibt wohl auch so eine E-Mail die er hat sich immer so Koffer mit Akten am Wochenende bringen lassen die E-Mail im Koffer war vermag ich nicht zu sagen wäre so in diesem Volkswagen Stil dass er sich immer die ausgedruckten E-Mails hat bringen lassen wahrscheinlich und da steht die Frage im Raume wann war er denn informiert das ist das also es steht wohl nicht der Vorwurf lautet wohl nicht dass er das initiiert hätte der Vorwurf lautet dass er das irgendwann ich glaube 2014 gewusst habe und dann noch über die Dauer von ich glaube zwei Jahren oder so etwas verschwiegen habe und weiterhin gesagt hat hier Bluteck kannst du wenn du irgendwie Husten hast kannst du am Auspuff schnuppern dann geht er weg und so und also ja ganz interessante Sache aber gibt es da nicht es gibt doch dieses schöne Wort da habe ich mal von dir gelernt vor vielen Jahren Organisationsschuld Organisationsverschulden genau also kann sich denn ein Herr Winterkorn vor Gericht damit raus reden von allem nichts gewusst zu haben oder könnte man sich auf den Standpunkt stellen dass der CEO eines so großen Unternehmens trotz dessen Größe über relevante Dinge hätte Bescheid wissen müssen insbesondere wenn es darum geht 9, ich weiß nicht wie viele Millionen Autos betrügerisch auf den deutschen Automobilmarkt zu bringen ja also die Verantwortlichkeit des Leitungsorgans dem gehört er zweifellos an als Vorsitzender des Vorstands braucht man nicht lange rum zu subsumieren zu sein das ist eine große Betrugstat und dass er gar nicht nicht das was da irgendwie Ingenieure da unten gemacht haben gefördert habe weil man wohl sagt also diese Ingenieure da unten denen wirft man keine Straftaten vor die haben einfach nur irgendwie so machen und fertig dass er also schlicht und einfach Täter qua eigenen Handelns ist also über die Organisation wird das wohl eher schwierig werden das ist so wenn du da ja gut weil also das ist ja so ein bisschen also ich denke das ist doch wenn der wenn der wenn der Oberpate will dass der weiß ich nicht Mario Vorurteile bezüglich Mafia also wenn da einer sterben soll dann sagt er ja auch nicht du pass mal auf Jürgen geh doch mal dahin und schieß dem Mario in den Kopf ja sondern dann sagt der Pate doch auch so ja weiß was zu tun ist und Luigi soll mit den Fischen schlafen genau und der Winterkorn der muss ja auch jetzt nicht gesagt haben also pass auf ihr geht jetzt zu Bosch und holt euch da so komische Chips und dann schreibt ihr eine Software die systematisch bescheißt aber und das ist zumindest mein Verständnis der ganzen Materie aus der Berichterstattung dass es da schon von oben sei es auch das mittlere Management Druck gegeben haben soll nach dem Motto kriegt das irgendwie hin dass diese scheiß Diesel zugelassen werden um es mal so zu formulieren und ja und das ist wohl diese ja gut hier ist jetzt eigentlich eher dieses nachdem die Kacke schon in den Ventilator geflogen war ja diese ursprüngliche dass du sozusagen da die ursprüngliche Tat veranlasst oder gar befohlen hast das wird ihm wohl nicht vorgeworfen könnte man auch mal überlegen weiß ich aber nicht keine Ahnung wie dir das naja ich fände es schon ich fände es schon relevant also man sagt ja dass Martin Winterkorn dass da wirklich keine Schraube angezogen wurde ohne dass er geguckt hätte ob die Schraube eingezogen so und das wäre also ich finde wenn du ihm in irgendeiner Art und Weise was vorwerfen willst oder auch das wäre ja jetzt man kann es ja auch mal umgedreht wir sind hier gerade so ein bisschen parteiisch mal angenommen man wollte ihn entlasten dann müsste man ja schon in einer Verteidigung aufzeigen wie es zu diesem Betrug kam wer dafür verantwortlich war und warum Martin Winterkorn damit nichts zu tun hatte nee das muss wohl die Verteidigung in diesem Fall nicht denn der Vorwurf beschränkt sich also das beschränkt sich darauf er wusste davon und hat nichts gegen gemacht ja gut also durch unterlassen am 25. Mai 2014 habe er jetzt von den Kenntnis von den rechtswidrigen Manipulationen gehabt und dann alle darüber getäuscht das es die gebe also es nicht offengelegt und dann so der Vorwurf weiter hatte das war pflichtwidrig da hat er seine eigene Pflicht verletzt weil er hätte sagen müssen das ist Mist hier die Autos und dann sagt man hat er also die Verbraucher die dann die Karren gekauft haben aber getäuscht und seinem Unternehmen geschadet weil dadurch natürlich durch dieses Verhalten die Sanktionen vor allem in den USA deutlich drastischer ausgefallen sind und das ist dann wieder Untreue Pflicht verletzt Schaden verursacht für das zu betreuende Vermögen nämlich das Vermögen der Volkswagen AG das heißt diese Vermögensbetreuungspflicht ja die hat er natürlich die hast du als Vorstand und ja ganz interessante Sache diese 9 Millionen ist natürlich ja aber wie wird da der Schaden da bemessen von einem Gericht also also wenn das das ist ja in Deutschland immer es gibt ja das hatten wir ja auch schon mal es gibt ja nicht den Punitive Damage also diesen bestrafenden Geldstrafe sondern es gibt einen Schadensersatz der heißt das Gütergerechtigkeit am Ende soll alles am Ende soll ein Ausgleich stattfinden in genau der Höhe des tatsächlich zu beziffernden Schadens ja im Strafverfahren soll dieser Ausgleich muss der Schaden festgestellt werden er kann aber auch geschätzt werden ja aber welcher Schaden wird denn da festgestellt also wir können zwei potenzielle also zwei Schäden um die es hier geht das eine ist die ich glaube fast nicht dass diese 9 Millionen dass das die Zahl der Fahrzeuge ist die während der Verschuldensphase von Herrn Winterkorn verkauft worden ist aber egal nee aber der Schaden wäre da der Betrugsschaden ganz einfach man ganz einfach man nimmt den Wert eines den die für das Fahrzeug bezahlt haben eines Schadstoff eines zulassungsfähigen Fahrzeugs mit ordentlicher Schadstoffreinigung und vergleicht den mit dem Wert des tatsächlich gelieferten Fahrzeugs eines nicht zulassungsfähigen Fahrzeugs mit dass die Umwelt noch stärker versaut als gedacht und das eine ist 30.000 wert das andere 25 pro Fahrzeug 5000 Euro Schaden durch Betrug jedenfalls durch Täuschung so die Hypothese und das nimmst du mit 9 Millionen mal 9 Millionen mal 5000 wären 45 Milliarden aber wir rechnen es einfach durch 5 dann bleibt da immer viel übrig dann sind wir nämlich bei dann werden wir noch dann werden wir trotzdem bei 9 Milliarden das ist relativ einfach das ist mal 9 Millionen sind 9 Milliarden also würde man dann von deswegen frage ich würde man dann von Martin Winterkorn 9 Milliarden Euro fordern wir sind ja im Strafverfahren da wird nicht der Schaden durch die strafrechtliche Verurteilung abgeschöpft es gibt aber Vermögensabschöpfungsmaßnahmen wo man sagt also wer Gewinn durch die Straftat gezogen hat darf das nicht behalten damit zum Beispiel die Boni die er bekommen hat das ist genau der Punkt das ist genau der Punkt da sagt man also es ist ein fremdnütziger Betrug zum einen weil er sagt also gesagt haben soll durch diesen Betrug durch diese Täuschung mehre ich das Vermögen des Unternehmens fremdnützig aber die Jungs wahrscheinlich wirklich Jungs in dem Fall haben allesamt ja Boni erhalten diese Boni beliefen lagen von den bei den Angeklagten zwischen knapp 300.000 bis hin zu knapp 11 Millionen Euro die 11 Millionen Euro Bonus das könnte Herr Winterkorn sein das ist für ihn allerdings tatsächlich auch wahrscheinlich noch im Erträglichen Bereich das ist die Vermögensabschöpfung unmittelbar durch das Strafverfahren die im Raum steht die zu befürchten ist aber der andere Schaden ist der dass man sagt wie viel hätten die in den USA an Strafzahlungen bezahlt wenn sie sofort gesagt hätten hier Hosen runter sorry tut uns leid und wie viel haben sie tatsächlich bezahlt Unterschied wahrscheinlich irgendwie drei Milliarden oder sowas sagt man hier untreue Schaden drei Milliarden das wird aber das hat ja nicht Herr Winterkorn in der Hand deshalb wird das bei ihm strafrechtlich nicht abgeschöpft da muss er aber befürchten jedenfalls wenn man das kunstgerecht machen würde im Fall einer verurte wenn rechtskräftig festgestellt ist er hat einen untreuen Schaden verursacht zu Lasten von Volkswagen würde Volkswagen sehr genau überlegen müssen und wahrscheinlich kämen sie nicht drum herum die Knete von ihm sich zurück zu rollen und bei drei Milliarden würde selbst Herr Winterkorn sagen das ist aber viel aber Herr Winterkorn hat eine Güterstand Schaukel der tauscht so in regelmäßigen Abständen wechseln Herr und Frau Winterkorn den gesetzlichen Güterstand für ihre Ehe und dann machen die mal eine Zugewinn Gemeinschaft und mal eine Gütertrennung und erst mehrt das was man einnimmt das gemeinsame Vermögen und dann machen die Gütertrennung und dann wird es geteilt dann kriegt jeder die Hälfte und dann bleibt es geteilt und wenn man dann wieder zum Güterstand der Zugewinn Gemeinschaft zurückkehrt dann ist das was die Frau Winterkorn dann bei der letzten Teilung bekommen hat das kommt nicht wieder rein du kannst also so regelmäßig kannst du den Vermögens zugewinn Frau Winterkorn wird wahrscheinlich weniger verdienen als Herr Doktor Winterkorn möglicherweise wobei wir wissen es nicht wir wissen es nicht vielleicht ist sie ja weiß ich nicht was sie ist vielleicht gehört ihr ja Toyota und da schaukeln die das immer so hin und her das heißt also auch wenn gegen Herrn Winterkorn eine sein Privatvermögen übersteigende Forderung von 5 Milliarden Euro geltend gemacht werden sollte dann wird er zwar bis auf sein eigenes Hemd ausgezogen kann aber Hemden von seiner Frau bekommen die wahrscheinlich auch über ein beträchtliches Vermögen Millionenvermögen paar Immobilien und sonst was naja also schön ist es für Herrn Winterkorn trotzdem nicht ich sage möchte es auch ausdrücklich ohne jegliche Häme sagen so ein interessantes Verfahren das ja auch ja umgekehrt also wenn so ein Schaden im Raum steht dann ist also wenn so ein Betrugsschaden bei so kleinen normalen Betrügern wenn es da so an eine Million Betrugsschaden geht dann musst du eigentlich fest damit rechnen dass du in Untersuchungshaft kommst ja also der Ehrliche ist zu dumm oder was ja ist er ja aber das kann man doch schon sagen das kann man doch schon sagen oder würde ich damit mich zu weit aus dem Fenster lehnen dass Martin Winterkorn ein dann doch sehr privilegierter Angeklagter ist also nicht nur aufgrund seines Vermögens sich da jetzt verteidigen zu können aber ich versuche mal mich da so ich kenne das Verfahren nicht genau um das zu sagen genug um das zu sagen aber ich möchte mal ich bitte mal als Ausweg versuche ich anzubieten also ich finde es nicht ich finde es richtig dass Martin Winterkorn nicht in Untersuchungshaft ist ich finde es falsch dass in Untersuchungshaft geraten irgendwelche Betrüger mit gerade mal also nichts gegen eine Million das ist auch Geld aber die die irgendwie einen Schaden von 1,1 Millionen vorgesagt haben sollen womit ich auch wiederum nicht sagen möchte dass sie nicht bestraft gehörten aber doch sagen möchte dass es einfach ein Unding ist zu glauben dass sie fliehen würden das ist genauso bei Herrn Winterkorn ja ich weiß nicht wie alt ist der jetzt 72 oder sowas muss man sich eigentlich auch überlegen wohin soll der fliehen ich meine Uruguay das ist einfach das ist ja kein Auslieferungsabkommen wahrscheinlich nicht Kanada war ja ein Schreiber das ist anstrengend das ist anstrengend das ist anstrengend vor allem gehe ich fest davon aus dass Herr Winterkorn das glaube ich also ich hatte auch mal so ein fest von es war jetzt kein Vorstandsvorsitzender von VW aber in einem Verfahren das war auch so ein Spitzenmanager der war also sowas von überzeugt davon dass alle anderen keine Ahnung hatten aber er das ist immer cool ich kenne Herrn Winterkorn nicht ich könnte mir vorstellen dass er Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung da in seinem in seinem Fall auseinander gehen mögen ja aber das war finde ich am Ende dann doch nochmal eine sehr elegante Lösung meines Vorwurfs Herr Winterkorn sei da privilegiert nämlich zu sagen es ist nicht falsch dass Martin Winterkorn nicht in Untersuchungshaft ist sondern es ist falsch wer heutzutage manchmal in Untersuchungshaft kommt so ist es so ist es so jetzt haben wir zweieinhalb Stunden gepodcastet wir sind jetzt wahrscheinlich am Ende es sei denn du willst noch mehr machen nein wir sind jetzt zu Ende aber nicht am Ende ja wir sind ja das würde aber dann bedeuten dass wir uns jetzt verabschieden ja ja das war heute ein Kesselbuntes aus dem was so in der letzten Woche passiert ist das war die ich glaube jetzt zwölfte Folge von Lauer und Wehner am Osterfest auf meinem Balkon hat sich gerade eine Nebelkrähe am für die Vögel bereitgestellten Buffet schadlos gehalten wenn ihr so wie ich Nebelkrähen unterstütze Podcaster Rinnen und Podcaster unterstützen wollt dann habe ich ja erklärt wie ihr das machen könnt wir freuen uns da immer über Unterstützung wir freuen uns aber auch immer wenn ihr zum Beispiel auf iTunes geht und unserem Podcast eine Bewertung gebt oder sogar eine nette Rezension schreibt wir freuen uns noch 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 viel mehr weil wir müssen wachsen 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 wenn ihr diesen Podcast euren Freunden bekannten Familienmitgliedern und auch meinetwegen wildfremden Menschen empfehlt ich habe kein Problem damit wenn ihr euch an irgendeine Straßenecke stark frequentierte Fußgängerzone stellt und Menschen sagt hört doch mal Lauer und Wehner das im Gegenteil das würde mich sehr freuen also kurzum dieser besinnliche Osterpodcast hat jetzt ein Ende ich wünsche euch noch schöne Feiertage alles Gute kommt gut durch die nächste Woche und tschüss auf Wiederhören Halleluja und tschüss